Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte Sie ganz, ganz herzlich zu unserer Präsentation des Meeresatlases hier begrüßen. Einen ganz besonderen Gruß geht jetzt an die Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, die komplett draußen auf der Treppe sitzt. Ihr kriegt jetzt mal einen Spezialapplaus. Ja, noch einmal, wir freuen uns sehr über diese doch auch uns überraschende große Resonanz, das Thema Meer. Ja, es interessiert uns mehr und mehr, was gut so ist. Wir haben den Meeresatlas auch unter anderem deshalb in die Welt gesetzt, weil wir der Meinung sind, dass wir dringend informiert sein müssen und aufgeklärt sein müssen darüber, was wir Menschen dem Meer antun, aber wie wir eigentlich mit diesem Meer in Frieden leben müssten, wenn wir denn eine Zukunft auf diesem Planeten haben möchten. Wir haben diesen Meeresatlas mit der Landesstiftung der Heinrich-Böll-Stiftung in Schleswig-Holstein auf die Beine gestellt und vor allem von der wissenschaftlichen Seite her mit der geballten Expertise des Kieler Exzellenzclusters Ozean der Zukunft zusammengestellt und wir haben ihnen bereits hier am 10. Mai den Medien vorgestellt und erst vor wenigen Tagen bei der UN-Konferenz, der Meereskonferenz bei der UNO letzte Woche auch auf Englisch, was ja mehr oder weniger zeigt, dass wir als Bildungseinrichtungen unsere Aufgabe zu informieren und aufzuklären, nicht nur auf Deutschland beziehen. Mit den Meeren ist das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt bedroht, weshalb es für uns als internationale Stiftung auch eine zentrale Aufgabe ist, international zum Problem der Meere zu informieren. Was sind die Ursachen für die Zerstörung der Meere? Was sind die Ursachen für die Verschmutzung, für die Vermüllung, für die Erwärmung der Meere, der Überfischung, des Meeresspiegelanstiegs? Was tun wir diesen Meeren eigentlich an und was sind Lösungsansätze? Auch das, denke ich, werden wir heute Abend diskutieren und wir als Heinrich-Böll-Stiftung werden diesen Atlas, ich hoffe es sehr, nicht nur auf Englisch übersetzen, sondern auch ins Spanische, Französische, andere wichtige Sprachen und wir werden unser globales Netzwerk der Heinrich-Böll-Stiftung mit über 33 Auslandsbüros eben auch nutzen, um diese Informationen, um die Aufklärung in die ganze Welt zu tragen. Heute Abend wollen wir im Wesentlichen einige Kapitel aus dem Meeresatlas präsentieren, das werde ich gleich in einem Gespräch mit Prof. Dr. Martin Fissbeck tun und wir werden dann mit einem Podium mit unseren Gästen Heike Vespa, Frank Schweigert und Steffi Lemke vor allem auch politische Lösungsansätze diskutieren und darüber diskutieren, unter anderem auch, was denn diese Meereskonferenz die erste in der UN-Geschichte überhaupt gebracht hat. Wir steigen jetzt aber ein in das, was wir versucht haben, über diesen Meeresatlas zu vermitteln und da fangen wir natürlich zuallererst damit an, dass uns Martin Fissbeck, noch einmal Sprecher des Kieler Exzellenzclusters Ozean der Zukunft und unser Kooperationspartner Ihnen die wichtigsten Daten und Erkenntnisse zur Verfügung stellen wird. Und wir fangen natürlich an mit der zentralen Frage, warum ist das Meer für uns so wichtig, warum müssen wir uns mit dem Meer auseinandersetzen? Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass wir so einen großen Kreis von interessierten Meeresschützern, Forschern, Interessierten hier bei uns haben in Berlin bei der Stiftung. Ganz herzlichen Dank dafür. Es war uns eine große Freude, zusammen mit der Böll Stiftung diesen Atlas zu erstellen und auch ein Stück weit ein Anliegen. Denn ich als Meeresforscher bin schon seit vielen Jahren unterwegs in der Meeresforschung und ich sehe auch selber über meiner Forschungszeit, dass sich das eine oder andere im Meer verändert. Wir untersuchen uns natürlich in der Forschung und da gibt es natürlich verschiedene Themen, die man ansprechen kann. Vielleicht fangen wir mal bei dem an, wo ich selber aktiv bin. Ich bin physikalischer Ozeanograf am GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ich lehre also für die Studentinnen und Studenten Themen wie Strömung im Ozean, Temperaturen im Ozean, oben warm, unten kalt, Salzgehalt im Ozean und dabei insbesondere wie die reagieren und sich ändern im Klimasystem. Sowohl durch natürliche Schwankungen bei Eninios oder Änderungen des Windfeldes als auch im Klimawandel. Und im Atlas haben wir uns natürlich besonders auf die Themen bezogen, wo der menschliche Wandel eine Auswirkung hat. Und im Bereich Klima gibt es da drei Themen, die man sich angucken kann. Das erste ist, dass das Meer eine große Wärmekapazität hat und deswegen die Erwärmung, das im Klimasystem vor allen Dingen das Meer beeinflusst. 93 Prozent der Wärmeenergie ist nicht etwa in der Atmosphäre, wo wir leben, auch nicht benutzt worden, um die Eiskappen abzuschmelzen. Das sind alles nur wenige Prozent. Die meiste Energie ist verwendet worden, das Meer aufzuwärmen. Das ist natürlich super für uns, dass die Erwärmungsenergie im Meer erst mal gelandet ist. Sonst hätten wir sie nämlich in der Luft und würden einen viel stärkeren Klimawandel schon bei uns sehen. Das Meer puffert also die Veränderung im Meer weg. 93 Prozent der Energie ist im Meer und wenn man rückwärts fragen will, machen ja manchmal Leute gerne, ist der Klimawandel nicht schon vorbei? Da war noch mal zehn Jahre keine Erwärmung mehr in der Atmosphäre. Dann sage ich immer, da müssen Sie mal im Meer nachgucken. Das können wir heute auch mit Messsystemen und da sieht man eben, wie ganz eindeutig die Temperatur, das im Meer Jahr für Jahr steigt. Und wir sagen, wenn man an den Ende des Klimawandels entdecken wollte, müsste man ins Meer gucken. Das sieht man da natürlich nicht. Das Meer wird immer wärmer. Was passiert dann? Warmes Wasser wie warme Luft dehnt sich aus. Es braucht mehr Raum. Das kann natürlich nicht nach unten gehen, das ist ein Meeresboden. Zur Seite sind die Inseln und die Kontinente. Und was passiert ist, dass der Meeresspiegel steigt. Über die letzten 100 Jahre ist der Meeresspiegel um 20 Zentimeter gestiegen, von meinem kleinen Finger bis zum Daumen. So viel ist der globale Meeresspiegelanstieg. Und was wir im Atlas zeigen, wir zeigen, dass das nicht überall gleich ist. Sondern es gibt einige Regionen, da ist das drei-, viermal so viel. Zum Beispiel die tropischen Inselstaaten im Pazifik, Tuvalu und ähnliche. Und es gibt auch einige Regionen, zum Beispiel bei den Galapagos-Inseln oder im Südpazifik, da hat sich über die letzten 100 Jahre gar nichts getan. Und man soll das auch immer ein bisschen mit angucken, dass eben der Meeresspiegel regional unterschiedlich ist und das zeigen wir in der Karte. Und ich muss sagen, warum diese Karte ist, wird auch immer gerne angeguckt, weil ich war nämlich selber letztes Jahr auf den Galapagos-Inseln. Und da sind natürlich auch viele Touristen da. Und der Kollege sagte, ich muss da immer die Touristen durchführen. Und die fragen mich immer, wie ist das mit dem Klimawandel in Galapagos? Wie hoch ist denn bei Ihnen der Meeresspiegel gestiegen? Und dann sagt er mir, der ist gar nicht gestiegen. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Die Daten zeigen das auch. Und da war er so happy, dass ich ihm die Karte gezeigt habe, weil er hatte so ein ganz schlechtes Gewissen. Er will auf der einen Seite natürlich die Menschen sensibel machen, für den Meeresspiegel ansteigen. Da geht das bei ihm gar nicht. Und deswegen muss man eben diese Karten haben, um ihm auch zeigen zu können. Das ist nicht überall gleich, aber global ist es so viel. Und die Forschung arbeitet sehr stark daran, herauszufinden, wie in den nächsten 50 Jahren das darstellen wird. Da haben wir noch keine sicheren Aussagen. Aber wir können zeigen, was es gibt. Für den Meeresspiegel ist ja nicht nur die Erwärmung verantwortlich, sondern auch das Schmelzen des Festlandeises. Das ist natürlich auch eine Verursachung von Meeresspiegel. Und wichtig ist, so wie das auch auf Land basiert, diese Durchschnittszahlen, über die wir immer sprechen, bei Meeresspiegelanstieg, bei der Erderwärmung, die sind lokal und regional sehr unterschiedlich. Vielleicht noch mal was, welche Temperaturen denn mittlerweile in der Arktis und Antarktis gemessen werden und was das bedeutet. Super Thema. Wir haben eben jetzt nur die Erwärmung des Ozeans selber gehabt. Natürlich ist die Klimaerwärmung findet auch an Land statt. Und wir merken vor allen Dingen, das ist Absplätzen der Gletscher. Insbesondere in Gebirgsgletschern. In Alpen sieht man das ganz deutlich. Aber auch fast alle an Gebirgsgletscher gehen enorm zurück. Himalaya. Es gibt ganz wenige noch, die noch ein bisschen stabil sind. Die bringen auch extra Erhöhungen im Meeresspiegelanstieg. Im Moment ungefähr 30 Prozent. Tendenz steigend. Deutlich steigend. In den letzten zehn Jahren ist schon fast die Hälfte des Meeresspiegelanstiegs durch abspelzende Gletscher. Grönland und seit neuestem auch die Antarktis. Wir haben vor zehn Jahren noch geglaubt, dass die Antarktis da nicht daran beteiligt ist. Da müssen wir leider auch die ersten Warnsignale anschalten. Das sieht man da schon. Und dort in den hohen Breiten sind eben die Temperaturen global gemittelt 0,8 Grad. Da oben fast schon zwei. Und diese Erwärmung bedeutet eben, dass die Gletscher dort schmelzen. Nicht nur das Meereis, das hat keine Auswirkung auf Meeresspiegel. Aber das am Land, vor allem in Grönland, der Eispanzer schmilzt sehr deutlich. Zum Teil im Sommer schon der ganze Eispanzer geschmolzen. Das hat es vor 50 Jahren noch nie gegeben. Das sind einfach neue Signale, die ganz deutlich sind, weil die Arktis eben so sensibel ist und auch besonders stark sich erwärmt. Ja, vielleicht. Also was wir im Atlas versuchen, es sind nicht nur die ökologischen Folgen darzustellen und die Folgen für die Ökosysteme, für die Biodiversität, sondern auch die sozialen Folgen. Der Meeresatlas beschreibt natürlich auch, was es bedeutet, wenn der Meeresspiegel steigt. Vielleicht da auch noch ein paar Daten und Fakten. Wer ist denn betroffen von diesem Meeresspiegelanstieg? In erster Linie sind natürlich alle die betroffen, die in Küstennähe leben. Immerhin sind das im Moment. 80 Prozent der Weltbevölkerung lebt nicht weiter als 150 Kilometer weg von der Küste. Tendenz massiv steigend. 13 von 15 Megastädten sind alle Küstenstädte. Die Verstädterung ist enorm hoch und die höchste Zuwachsraten der Bevölkerungsdichte ist in den Küstenregionen. Das bedeutet natürlich zum einen, dass dort auch viele Umbaumaßnahmen in Küstenbereichen stattfindet, aber auch, dass die Vulnerabilität zum Meeresspiegel dort besonders hoch ist. Politisch gesehen sind die kleinen Inselstaaten diejenigen, die zum Teil nur einen halben Meter Freibord haben. Wenn dort der Meeresspiegel mehr als einen halben Meter steigt, sind die Land unter im Wesentlichen. Und das ist politisch sehr spannend, weil man könnte ja sagen, wir müssen ein bisschen Deiche bauen, aber die Vereinten Nationen sagen, ein Land, was im Mittel unter Wasser ist, ist kein Land mehr. Die dürfen auch keine Pässe mehr ausstellen. Die müssen technisch aussiedeln, denn im Rumkehrschluss kann man ja auch nicht sagen, ich habe eine untermeerische Bergkuppe, da setze ich mal einen 100 Meter Betonpfeiler drauf und habe dann ein neues Land und kann mich bei den Vereinten Nationen anmelden. So rum geht es nicht. Ein paar probieren das, aber so geht das Spiel nicht. Und die kleinen Küstenstaaten sind vor allem die Betroffenen und die, die sich nicht schützen können. Die ärmeren Länder sind natürlich die, die besonders betroffen sind. In Europa kämpfen wir das, in Holland ist auch unter Wasser ein kleines Stück, da bauen die große Deiche, dann geht das. Global geht das nicht. Einmal kann, denke ich, zu dem, was die Meere für uns an Klimarelevanz haben, zusammenfassen, dass sie eine wichtige Quelle sind, die die Erderwärmung absorbieren. Sie sind eine zu 25 Prozent des globalen CO2, es wird absorbiert und gleichzeitig mit der Erwärmung reduzieren wir ja die Fähigkeit der Meere, genau diese Funktion zu übernehmen, nämlich CO2 und Wärme aufzunehmen. Wir sind also in einem Teufelskreis dessen, dass wir die Meere sozusagen einerseits in ihrer Kapazität, uns vor dem Klimawandel zu schützen, zerstören und gleichzeitig damit verlieren, was wir eigentlich weiterhin bräuchten. Dieser Meeresatlas hat viele, viele Kapitel, unter anderem natürlich auch das, was wir als Menschen diesem Meer so antun. Ich sagte das schon in meiner Einleitung. Überall und zentral ist immer wieder das Thema Überfischung das große Thema. Das Meer ist nicht nur existenziell fürs Klima, sondern auch eine zentrale Nahrungsquelle und zwar nicht nur für uns als Luxusgut, sondern ein existenzielles Nahrungsmittel für viele, viele Menschen auf dem Globus. Und vielleicht, Martin, dazu ein paar Daten und Fakten aus dem Atlas. Ja, ein paar Daten und Fakten zum Thema Fisch. Das Thema Überfischung ist natürlich ein letztendlich sehr, sehr trauriges. Wenn man sich anguckt, dass in meiner Lebenszeit, also in den letzten 50 Jahren, von allen großen Fischen, wir reden hier über Fische, die länger als ein Meter sind, sind 90 Prozent weggefischt worden. Die gibt es schon gar nicht mehr im Meer. Im Moment groß daran auf Haifische, ganz traurig, wegen dem Nutzen der Finnen. Aber alle großen Schildkröten, 95 Prozent der Meeresschildkröten sind weg. Alles in den letzten 50 bis 60 Jahren. Und ganz ehrlich, Barbara, vor zehn Jahren wussten wir das auch alle nicht so genau. Das ist irgendwie passiert, das war weit weg. Und warum war das so? Weil wir natürlich vor 30 Jahren gedacht haben, der Ozean ist so riesig, das kann man doch gar nicht schaffen, die Fische da rauszuholen. Da kann man reinfahren und noch mehr kriegen. Und noch mehr fahren und noch mehr kriegen. Und das wurde natürlich industriell auch sehr gerne genutzt. Wir haben ja sehr viele Schiffe, die dort Fischerei betreiben, mit sehr technisch großem Aufwand. Und die können das heute gut. Die haben auch von der Meeresforschung profitiert. Wir können Fischwärme detektieren mit Echoloten. Aber das hat eine ganz schwierige Konsequenz. Und erst mal ist weniger Fisch da. Das ist eigentlich schade, denn das Meer ist ja sehr produktiv, könnte uns auch nachhaltig lange mit Bruternahrung versorgen. Noch viel trauriger ist es, dass die kommerzielle Fischerei natürlich draußen die großen Schärmefisch fängt und in Küstennähe, wo die Kleinfischer sich sozusagen ihre Ernährungssicherheit über den Fischfang garantieren, die sind besonders betroffen. Die haben nämlich weniger Fisch zum A verkaufen und B für die eigene Ernährung. Und so hat eigentlich die industrielle Fischerei zwei ganz massive Probleme erzeugt. Es sind überfischt die Meere. Sie können nicht mehr das liefern, was sie eigentlich liefern könnten. Das ist traurig. Und die Ärmsten, wie immer, sind am schlimmsten betroffen. Also das ist Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei ist, dass wir versuchen, Fische auch an Land zu züchten. Den Karpfenteich kennen wir natürlich. Dann kann ich mal sagen, zu Fischschwärmen. 20 Prozent der Fischschwärme sind überfischt. Das heißt, wir fischen sehr viel mehr. Die sind sozusagen schon so klein, dass sie mehr gar nicht da sind. Der mittlere Bleich, der hellblaue, der sagt vollgenutzt. Vollgenutzt ist nicht unbedingt schlecht, wenn man das mit einem sicheren Margen macht. Das ist so ein bisschen unklar. Aber eigentlich, wenn man sagen möchte, wir haben demnächst sieben Milliarden Menschen, acht Milliarden Menschen auf dem Planeten, dann wollen wir natürlich die Fischerei möglichst voll nutzen, aber voll mit Sicherheitsabstand. Da ist nicht immer der Sicherheitsabstand da. Und nur noch wenige, zehn Prozent, sind gar nicht genutzt. Das heißt, wir sind massiv unterwegs im Ozean. Wir nutzen den komplett, so wie an Land bei uns in der Kultur, aber nicht klug. Wer sind denn die größten Fischereinationen? Naja, also da gibt es mehrere. In Europa Spanien, Portugal, Frankreich ein bisschen, aber Spanien ganz vorne. Im asiatischen Raum sind das die Chinesen, Taiwan. Und einige von denen machen das auf illegale Weise. Illegal, unreported und unregulated Fischerei ist das Thema bei uns. Wurde natürlich auch letzte Woche in New York groß diskutiert, dass man denen einen Riegel vorschieben kann, ist eigentlich ganz leicht. Wenn wir in der Fischtheke wissen würden, wo der Fisch herkommt, und wenn wir sagen würden, es darf ein Fisch verkauft werden, der regulär gefangen ist, würde der Markt weggehen. Denn der Markt der illegalen gefischten Fische sind ja wir und Nordamerika und nicht etwa Asien. Ja, 31 Prozent, das habe ich gelernt. Ich war ja, weiß Gott, keine meereskundliche Erfahrung. Sehr, sehr viel gelernt in und mit der Arbeit des Meeresatlases. 31 Prozent des Fisches, der bei uns auf den Tisch kommt, ist illegal oder irregulär and unreported. Und wir werden sicherlich nachher auch hier mit unseren anderen Expertinnen und Experten darüber reden, was kann man denn zum Beispiel genau gegen illegale Fischerei machen in Zeiten von Big Data, wäre zum Beispiel so eine Frage an Frau Vesper gleich. Ja, du wolltest schon damit beginnen. Eine Antwort, so scheint es, gegen Hochseefischerei und Überfischung als eine Alternative oder Antwort gilt, die Fischzucht in sogenannten Aquakulturen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass schon jeder zweite verzehrte Fisch aus Aquakultur kommt. Im Atlas stellen wir die Probleme dar. Vielleicht kannst du ganz kurz hier auch noch mal sagen, was sind denn eigentlich die Probleme mit Aquakultur? Warum ist es vielleicht keine Antwort? Das Erste und dann auch noch mal was zur sozialen Dimension. Also wer arbeitet in den Aquakulturen? Wie werden die Menschen bezahlt, die in den Aquakulturen wirtschaften? Ja, vielleicht noch mal eine Zahl dazu. Wenn man die Zahl sieht, das sind eben die offiziellen Zahlen von der Welternährungsbehörde FAO. Die rechnen jeden Fisch. Die rechnen den Karpfenteich genauso wie mit einem wie die Wildfischerei. Wir reden in dem Atlas natürlich erstmal über die Wildfischerei und auch vielleicht Aquakultur, die ozeannah oder im Ozean stattfindet. Der große Teil der Aquakulturen ist der Karpfenteich, den man, wenn man das klug macht, auch einigermaßen nachhaltig hinkriegen kann mit all den Themen. Aquakultur im Meer, gerade die offenen Anlagen, sehe ich persönlich sehr kritisch, weil die zu einer sehr dichten Nutzung der Fischschärme führen. Die sind in der Regel alle krank, die kriegen Medikamente und die essen natürlich gerne Fisch oder kleine Fische. Und der kleine Fisch, der muss natürlich auch irgendwoher kommen und der wird natürlich gefischt im offenen Meer. Das heißt, die Aquakulturanlagen, viele von denen, die den Edelfisch, den wir gerne mögen, zum Beispiel Lachse oder Autoraden, die werden angefüttert durch vielen kleinen Fisch und ist relativ ineffizient. Jetzt kann man natürlich sagen, wir können das auch an Land machen. Das gibt es auch hier bei uns in den Anlagen, super energieintensiv. Plus, die brauchen ganz viel anderen Fisch. Würde man sagen, ernährungssicherungsmäßig gar nicht so schlau. In anderen Ländern sind natürlich dann dieselben Dinge, die wir auch beim Produzieren von T-Shirts haben, dass eben dort Arbeitssituationen stattfinden, die hier überhaupt nicht zulässig wären. Dort arbeiten Leute, die sind ausgesetzt, Chemikalien, die sind ausgesetzt, schwierigen Arbeitsbedingungen für relativ kleines Geld und verschmutzen natürlich den eigenen Lebensraum durch genau die Sachen, die man benutzt hat, vom Grundwasser angefangen, aber auch Nitrat kommt da rein in die Küsten. Das sind alles Dinge, die wir natürlich nicht sehen, wenn wir hier den Aquakulturfisch bei uns in der Fischtheke kaufen. Schön ist das alles nicht. Ich will mal nur einen Punkt dazu sagen. An Land isst du Elefanten und Löwen? Aber wir essen aber alle gerne die großen Lachse. Die sind aber in der Ernährungspyramide auf der Stufen, wo Elefanten und Löwen sind. An Land essen wir aber die, die noch Fleisch essen. Mehr vielleicht Kaninchen oder vielleicht, nicht so viel, aber Schweine oder auch kleinere Tiere. Das wären sozusagen die kleinen Fische am Meer. Die will aber hier keiner haben. Und noch besser wäre Marikultur, also die Pflanzen aus dem Meer, die sind bei uns überhaupt verpönt. Vielleicht müssen wir ein Stück weit auch mal darüber nachdenken, muss es denn wirklich der große Finnfisch sein, den wir essen? Oder könnte man sich auch vorstellen, tiefere tropische Level. Und da ist noch so ein anderer Lösungsansatz. Es gibt aber auch Aquakulturen, die sind ein bisschen gantheitlich. Und die sind vielleicht ein bisschen besser. Da ist der WWF drauf spezialisiert. Gibt es nachhaltige Aquakultur, wie sieht die aus? Es ist definitiv eine Frage auch an Sie alle gleich. Wir wollen ja jetzt erstmal so ein paar Daten und Fakten feststellen. Wir holzen auch die Mangroven großflächig ab für Aquakulturen und so weiter. Also das beschreibt der Atlas auch. Neben dem Klima, der Klimapumpe mehr, dem Nahrungslieferanten mehr, sind wir da natürlich auch im Atlas bei all den Themen, mit denen wir als Menschen auch noch für dahin, das sind ja alles menschengemachte Probleme, die den Meeren eine Zumutung zufügen. Durch Gülle, Müll, jedweder Art, durch Überdüngung und so weiter. Und natürlich, das ist ja groß in den Medien, über den Plastikmüll vor allem. Vielleicht hier auch einfach ein paar Trends, Tendenzen. Was passiert eigentlich in dem Bereich von Landwirtschaft bis Plastikvermüllung? Weites, großes Thema. Das ist eben all die Dinge, die in unserer auch zunehmend industrialierten Welt Abfall anfangen und nicht ordentlich entsorgt werden. Aber wir fangen mal mit Gülle vielleicht an. Ich meine, wir sind ja als Menschen sehr erfolgreich, sind ja sehr viele von uns unterwegs. Und wir können deswegen Ernährungssicherheit darstellen, weil wir durch Kunstdünger und Dünger überhaupt viele landwirtschaftliche Flächen sehr produktiv gestalten. Das ist ja grundsätzlich erstmal positiv. Aber es gibt so eine Tendenz, dass man in der Landwirtschaft natürlich sagt, naja, wenn meine Parzelle mehr abwerfen kann, ist das ökonomisch gut. Und da ist so ein bisschen viel, hilft viel. Da wird eben ein bisschen mehr gedüngt, weil dann funktioniert es auch, wenn vielleicht die natürliche Düngung nicht so gut da ist. Kommt dann der große Regen, wird dann die Gülle eben ins Grundwasser reingespült oder direkt in die Flüsse. Und viele dieser Nährstoffe landen natürlich im Küstenraum in den Meeren. Was machen die da? Dort düngen sie natürlich weiter. Sie führen zu einem starken Planktonwachstum, starkes Wachstum in den Meeren. Die Plankter sterben ab, fallen weiter runter ins Meer und dort verrotten die, brauchen Sauerstoff und wir verlieren den Sauerstoff im Meer. Und gerade auch in der Ostsee, in den tiefen Bereichen, gibt es eben diese Todeszonen, also Zonen, das Meer ist nicht tot. Eutrophierung nennt man das. Eutrophierung heißt das bei uns. Aber die Auswirkung ist da, ein Verlust zum Beispiel des Sauerstoffs in den Meeresgebieten mit katastrophalen Folgen zum Beispiel auch für die Fischerei. Das gibt es auch bei uns und Deutschland ist da auch in, glaube ich, Verstößer gegen EU-Richtlinien. Wir versuchen jetzt ja sehr hart, das bei uns besser durchzusetzen. Das passiert weltweit. Insbesondere natürlich die Produktion von Fleisch. Die braucht sehr viel Fläche und erzeugt viel Gülle. Das ist ein Problem. Weitere Probleme sind Schwermetalle, alle anderen Gifte. Vielleicht können wir gerade noch mal, also wir haben, glaube ich, im, Entschuldigung, im Meeresatlas aufgezeigt, und das sind sie, die 60 Todeszonen. Es gibt auch natürliche Todeszonen, das habe ich auch gelernt, aber die, die wir hier zeigen, das sind die menschengemachten und man sieht hier sehr, sehr deutlich, da sie eben vor allem auch an Flussmündungen am Mississippi, am Ganges, vor allem am Mekong, wo die ganzen Chemikalien, Düngelasten etc. in die Meere münden und dann zu diesen großflächigen Todeszonen führen. Das sind zum Teil riesige Flächen. Das muss man einfach sagen mittlerweile. Das sind riesige Flächen, das finden wir auch im Mittelmeer und das hat vor allen Dingen auch zwei Auswirkungen, die wir auch nicht vernachlässigen sollten. Ökonomisch gesprochen ist für uns der Küstenraum sehr wichtig. Tourismus reden wir nachher vielleicht noch drüber. Aber wer möchte denn an den Strand fahren, wo das Meer umbekippt ist? Das ist zum Teil auch richtig gefährlich. Dort gibt es nämlich Algen, die Atemgifte erzeugen. Also jeder, der so ein bisschen Asthma hat, für den ist das wirklich lebensgefährlich, an den Strand zu gehen. So sind eben diese Todeszonen nicht nur schwächt für das marine Ökosystem, sondern auch für uns in Strandnähe Tendenz leider steigend schwierig. Anderes Thema Plastik. Ich meine, das Thema Plastik ist ja eines, wir waren nun letzte Woche in Amerika, Steffi wird es auch erinnern, da merkt man schon den Unterschied. Wie viel Plastik man da jeden Tag irgendwie da so aufgetischt kriegt. Wir haben das mal im Meeresatlas gezeigt, wo das Plastik so herkommt und vor allen Dingen, wo Plastik überhaupt nicht recycelt wird. Bei uns wird ja viel von der Plastik glücklicherweise noch recycelt, immer noch für meinen Geschmack zu viel da. Aber wir haben ja noch so eine Wirtschaft, wo man das wieder aufnimmt. Da sieht man jetzt, wo es hinkommt. Können wir auch zuerst besprechen und dann kommen wir zu den Quellen. Und was passiert? Das Plastik kommt ins Meer, 80 Prozent über die Flüsse und wird mit der Strömung verteilt. Ich als Meeresforscher kenne diese Strömung sehr genau und da gibt es so eine besondere Eigenschaft in der Mitte dieser großen Gieren, nennen wir das, oder Gyres, diese Zirkulationsmuster. Genau in der Mitte sinkt das Wasser ein bisschen ab. Das Wasser geht runter und alles, was schwimmt, kann natürlich nicht runter und sammelt sich da. Und dann kriegen wir diese sogenannten Müllinseln. Ehrlicherweise, die Müllinseln sind jetzt nicht so, wenn man da hinfährt, dass man nur noch durch Plastik schwimmt. Das ist an den Flussmündungen so. Da draußen ist aber schon mehr Plastik und was uns zunehmend Sorgen macht, ein Teil des Plastiks fällt runter auf dem Meeresboden, überall in 10 Kilometer Tiefe, in der Arktis, überall ist Plastik am Boden und große Sorgen, weil auch wenig erforscht sind, die sogenannten Mikroplastiks, die auch bei uns in den Kläranlagen nicht rausgefiltert werden, sondern bei uns auch über die Flüsse in die Ozeane reingehen. Kleinste Plastikfasern von Plastikkunststoffjacken, die wir zum Teil haben, von vielen anderen Dingen gibt es diese kleinen Plastikpartikel und Fasern, gibt es auch in Kosmetik, glaube ich, brauchen wir eigentlich gar nicht. In der Zahnpaste auch, braucht man auch nicht, gibt es viel bessere Möglichkeiten. Aber dieses Plastik geht ins System, wird von den Fischen und Nahrungslebewesen dort aufgenommen, zum Teil auch eingelagert in den Muskelfasern. Wir glauben auch, einige der Plastikarten ziehen auch andere Schadstoffe an und wir essen das nachher. Und da kann man sich schon fragen, will man das? Ist das gesund für uns? Ich behaupte mal, würden wir alles gerne nicht haben wollen. Plastik ist ein ganz interessantes Thema. Es ist aus meiner persönlichen Sicht nicht das schlimmste Problem, aber es ist sehr, sehr sichtbar. Wer möchte schon am Strand gehen? Überall liegt der Plastik rum, in Asien ganz besonders. Und dann kommen wir zum nächsten Grafik. Da sieht man nämlich, wo das herkommt. Und wir stellen fest, dass gerade die sich... Haben wir leider nicht geladen. Macht aber nichts, sage ich mal nur so. Die meisten Einträge ins Meer kommen aus dem asiatischen Raum, ein super schnell entwickelndes Land. Dort ist Plastik sehr beliebt und eben kein Recycling. Da landet ganz viel in den Müllsystemen und damit im Meer. Und das sind gigantische Mengen, die wir da kriegen. Es gibt so Schätzungen, ob die nun ganz seriös sind. Aber nur mal so plakativ kann man sich das vorstellen. Vielleicht sind wir in 30 Jahren so weit, dass wir mehr Plastik im Meer haben als Fische. Und das wäre jetzt was, wo ich denken würde, da wollen wir aber irgendwie nicht hin. Und was kann man dagegen tun? Natürlich vernünftige Recyclingwirtschaft. Nicht nur bei uns, sondern in allen Ländern der Welt oder eben Plastik vermeiden. Ja, noch mal ein kleiner Werbeblock. Wir haben seit heute über die Website einen YouTube-Film, der unter anderem zeigt, wie man Plastik einsparen kann, wie sie anders einkaufen können, wie man Verpackung vermeiden kann. Das ist jetzt wieder der klassische Appell an den Konsumenten oder an die Konsumentinnen. Darüber werden wir natürlich auch reden. Aber wichtig ist erst mal, dass die Politik darauf reagiert. Auch das werden wir nachher sicherlich hier gemeinsam mit unseren weiteren Gästen diskutieren. Ja, soweit denke ich erst mal eine sehr alarmierende Bilanz von dem, was wir bislang als Menschen mit dem Meer gemacht haben. Aber es gibt noch einen obendrauf. Mittlerweile ist das Meer auch als Rohstofflager attraktiv. Im Meer gibt es sehr, sehr viele wertvolle Rohstoffe, die wir auch gerne für unsere Smartphones und anderen Hightech-Geräte nutzen wollen. Es geht also um die Herausforderung der Zukunft, nämlich Tiefseebergbau. Ein großes Thema auch im Meeresatlas. Vielleicht hierzu, Martin, einfach auch ein paar Trends und Fakten. Was zeigt hier das Schaubild nochmal? Wo sind die großen Lager? Also das Thema Tiefseebergbau ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes, auch ein bisschen komplizierteres. Letztendlich geht es darum zu sagen, wir haben große Minen an Land, die uns Kupfer und andere Edelmetalle besorgen. Und gerade für die Smartphones brauchen wir die sogenannten seltenen Erden. Die gibt es natürlich auch unterseeisch im Ozean. Und dort gibt es immer mal wieder Tendenzen, dass man sagt, das müssen wir jetzt industriell angehen, den Tiefseebergbau. Da vielleicht zwei Fakten dazu. Man sieht auf der Karte, wo überall diese Lagerstätten sind, so die Wissenschaftler das wissen. Wir wissen bestimmt nicht alles, aber wir wissen ein paar. Und in dem Bereich, wo der Küstenstaat keine Besitztümer hat, so grob gesprochen, 300 Kilometer von der Küste weg, dort wird allerdings die Schätze des Tiefsees zentral verwaltet. Diese gehören uns allen, gehören Ihnen auch. Und die werden von der Internationalen Meeresbehörde in Jamaika verwaltet. Und wenn dann mal einer das nutzen sollte, macht noch keiner, dann müssen die auch 30 Prozent der Gewinne an die Vereinten Nationen zurückführen. Das ist vielleicht auf der guten Seite, das erinnert mich daran, dass die Küstenstaaten sagen, eigentlich ist mehr als 300 Kilometer, gehört mehr, weil das ist von der Küste gemessen, dann kann man woanders messen, dann kriegt man 500 Kilometer, sind sie alle dabei. Was ist das Interessante dabei? Das Interessante ist gar nicht mal so, dass wir unbedingt das brauchen. Aber wir wollen nicht so gerne abhängig sein von den zwei großen Ländern, die das haben, zum Beispiel China und ein Staat in Afrika. Und deswegen versucht man eben zu diversifizieren seine Quellen und deswegen gibt es immer wieder Bestrebungen, diesen Meeresbauchbau voranzutreiben. Man kann vielleicht zum Glück sagen fürs Meer noch, dass es im Moment nicht rentabel ist. Das mag in 20 Jahren anders sein. Unser Appell in der Forschung ist zu sagen, bevor man jetzt mit sowas anfängt, was sehr viel Schäden dem Tiefsee-Ökosystem zufügen würde, sollte man doch erstmal überlegen, wie man die Schutzregeln da macht und wie man überhaupt das reglementiert. Und dort wird jetzt langsam angefangen daran zu arbeiten, aber wir sagen natürlich Vorsorgeprinzip. Wenn man jetzt das meint, das muss das Meer auch noch kaputt machen für die Bodenschätze, das halte ich für schwierig. Vielleicht ein paar Fakten dazu. Die Tiefsee, und da reden wir jetzt drüber, wir reden über Tiefen, sind 2.000 bis 6.000 Meter Tiefe. Dort hat Deutschland vor 25 Jahren einen Versuch gemacht, als Meeresbergbau schon mal interessant war in Deutschland. Und dort haben also Kollegen mit einer Ecke hinter dem Forschungsschiff in drei Kilometer Wassertiefe einmal einen Kilometer mit 50 Eggenzügen da so durchgeflügt, um zu simulieren, was dann so passieren würde, wenn es Tiefseebergbau gibt. Man Man Garnknollen zum Beispiel. Man Garnknollen, genau. Und dann kommt dabei raus, die sind jetzt wieder hingefahren vor einem Jahr. Man sieht noch jeden Eckezug. Da hat sich nichts zurückgebildet. Heute wissen wir warum. Die Organismen in der Tiefsee sind extrem langsam. Ein Tintenfisch brütet vier Jahre auf seinen Eiern. Der sitzt vier Jahre in der Tiefsee, brütet daran, bevor das Ei geschlüpft ist. Es gibt Tiefseeorganismen, die werden nach 300 Jahren geschlechtsreif. Und es gibt sogar Einteiler, die aber links in dem Meeresboden sind, die haben eine Zellteilung alle 500 Jahre. Da kann man natürlich sagen, mit 30 Jahren wieder, so was es um Küstenregionen gibt. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, wissen Sie, wie lange oder wie viel Zeit eine Mangan-Knolle braucht, um zu wachsen? Drei Millionen Jahre. Einmal weg. Für 20 Millimeter. Oder die Kobaltkrusten. Und ich meine, ich finde es schon ziemlich, nicht nur kritikwürdig, sondern da ist auch Politik gefragt, ob sie denn jetzt wirklich, um unseren Rohstoffhunger auch noch aus dem Meer zu bedienen, in dieses hochsensible, auch fast komplett unerforschte, Tiefsee, in diese Tiefsee eindringt, um dann sozusagen lediglich das Ziel zu erreichen, dass man sich etwas unabhängiger macht. Ziel müsste ja sein, dass wir Rohstoffe mehr, nicht nur recyceln wie das Plastik, sondern einfach weniger verwenden. Auch das, denke ich, ist Thema für nachher und auch definitiv Thema im Atlas. Das möchte ich einfach hier nochmal betonen, dass wir nicht nur die Fakten beschreiben, sondern letztlich ja auch beschreiben, was politisch notwendig wäre. Viele Wissenschaftler sagen, nachhaltiger Tiefseebergbau sei gar nicht nötig. Gleichzeitig, da seid ihr ja auch, glaube ich, oder andere Wissenschaftler beteiligt, wird ja darüber schon diskutiert, ob man Kriterien und Standards hat, wie vielleicht nachhaltiger Tiefseebergbau doch möglich ist. Also halb. Das Wort nachhaltig geht natürlich bei solchen langsam nachwachsenden Ressourcen nicht. Das ist einfach klar. Super, ja. Allerdings geht es ja darum, wenn man jetzt doch das machen müsste, wollte, tute, dann ist ja unsere Frage in der Forschung, wenn man das macht, was passiert. Wir sind ja immer, was wäre, wenn Forscherinnen und Forscher. Deswegen machen wir da auch aktiv Forschung und auch gerne Forschung zu dem Thema. Aber eben mit dem Hintergrund, um herauszufinden, wenn man Schäden anrichtet, wie lange bleiben die da? Können die sich wieder regenerieren? Ich meine, das abgebaute Metall kommt nicht zurück in Millionen Jahren erst, aber das Ökosystem. Und wir wollen eben wissen, je nachdem, welche Methode man benutzt, wie groß sind die Schäden? Wenn es Schäden gibt, muss man die berechnen, muss man die einpreisen und muss man einen vernünftigen Code machen. Genauso wie wir es im Land auch tun. Und wir propagieren eben davor, nicht mal loslegen und gucken, so schlimm wird es schon nicht sein. So sind wir unsere Fische nämlich alle losgeworden, dass wir mal losgelegt haben und hinterher geguckt haben. Das hätten wir gerne hier vermieden. Sondern wenn das einer macht, dann muss er das nach Standards machen. Und die werden wahrscheinlich so sein, dass es noch weniger finanziell attraktiv ist. Und wir beide sind uns einig, es ist, glaube ich, gar nicht nötig. Ja, also mindestens ein Moratorium. Vielleicht könnte man sich ja auch mal, und das ist jetzt auch der letzte kleine Block, den ich hier mit Martin Fisbeck diskutiere. Da sind wir nämlich bei dem großen Thema Meeresgovernance. Also wir stellen nochmal auch im Meeresatlas fest, dass das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt mit all der Bedeutung für die Menschen und gleichzeitig das Unregulierteste ist, es gibt keine globale Organisation. Es gibt viele, viele Unterabkommen oder sektorale Abkommen. Wie schätzt du denn die gegenwärtige Situation der globalen Governance im Meereskontext ein? Das ist ein Schaubild aus dem Atlas, das wunderbar zeigt, wie zerstückelt dieses Geflecht ist. Und dann wären wir ja auch dann später nochmal bei der Brücke zu New York. Ich denke, das ist tatsächlich eine unserer Hauptsorgen, dass es tatsächlich in den Vereinten Nationen viele Organisationen gibt, die grundsätzlich gute Dinge tun. Die regulieren die Schifffahrt, die regulieren Biodiversität, Fischereiabkommen. Es gibt aber keinen, der den ganzen Ozean im Blick hat. Und dadurch haben wir schon mal das erste Problem, es wird sektoral gehandelt, ohne den Ozean an sich ins Blick zu nehmen. Zweitens haben wir verschiedene Rechtsregime. Wir haben die Küstenstaaten, die Rechten haben. Die sind ein bisschen anders in der Wassersorge als im Meeresboden. Dann haben wir die Internationalen, die zum Teil Rechte haben, zum Teil nicht. Meeresboden anders als in der Küste. Und auch der wissenschaftliche Beirat für globale Umweltfragen, der Leinfeld sitzt hier vorne, hat sich dazu geäußert und auch einen sehr aggressiven Vorschlag gemacht, der mal gesagt hat, wieso können wir nicht das ganze Meer als ein Erbe Menschheit sozusagen begreifen und auch entsprechend viel einheitlicher verwalten. Wir in der Forschung erwarten eine bessere Zusammenarbeit zwischen den sektoralen Organisationen, möglicherweise eine Gruppe, die darüber koordinierend eingreift. Und das ist eben auch eine der Forderungen, die auch in New York artikuliert wurden, weil mit der zerstückelten Meeresgovernance werden wir die Probleme, die wir bisher diskutiert haben, nicht in den Griff kriegen, sondern man braucht mehr Zusammenarbeit, mehr Koordinierung, um als schlachtkräftige, vernünftige einen Umgang mit dem Meer auch einzufordern im Verwaltungsraum. Da brauchen wir eine bessere Governance-Struktur. Vielleicht jetzt wirklich allerletzt, damit dann nachher auch die Diskussion dazu sich auch beziehen kann darauf. Die Meere gelten ja als jenseits der 310-Meilen-Zone oder der 210-Meilen-Zone als Erbe der Menschheit oder war mal so gedacht. Was machen wir denn mit diesem Erbe? Ja, fast. Also das Seerechtsübereinkommen ist ja eines der aufwendigsten Rechtskonstrukte der Vereinten Nationen jemals, 20 Jahre lang verhandelt worden, begreift den Meeresboden mit seinen Ressourcen als Erbe der Menschheit nicht die Wassersäule. In der Wassersäule gilt immer noch die Freiheit der Meere, sprich man kann da hingehen und ziemlich viel tun. Dann gibt es Einzelabkommen gegen Verschmutzung, einzelne Abkommen über regionale Fischereiabkommen. Sie wird aber eben nicht so verwaltet, sondern die offene See ist relativ frei. Sie ist sogar so rechtsschwach, dass wir im Moment nicht mal in einem offenen Ozean ein Schutzgebiet ausweisen können, wo man zum Beispiel Fischerei oder Durchfahrt verbieten könnte. Nicht mal den Rechtsrahmen hat das Meeresrecht uns erlaubt. Da wird gerade dran verhandelt. Man sieht eben, dass zu den Zeiten, wo das Meeresrecht aufgebaut wurde, diese Themen noch nicht so virulent waren und viele Sachen, würden wir heute sagen, vergessen wurden, nicht vorhergesehen wurden. Und für all die Herausforderungen, die wir haben, ist das eben nicht fit for purpose. Das ist eben nicht schlagkräftig dafür. Da muss man dran arbeiten. Dort gibt es viele Ideen, wie das gehen könnte. Die sind natürlich schwer durchzusetzen. Ich finde es super, wenn man das Meer tatsächlich als Menschheit sehen würde und auch in diesem Sinne verantwortlich verwalten würde. Die Küstenstaaten sehen das alle ganz anders. Die wollen das lieber selber haben. Und die sind immer darauf unterwegs, möglichst viel für sich zu kriegen. So, wuff. Das war jetzt ein kleiner Parfois. Jetzt großen Applaus für Martin. Danke. Ja, und wir werden jetzt zu einzelnen Fragen, die hier schon angesprochen waren, auf jeden Fall in die Tiefe gehen und weiter diskutieren. Und ich freue mich einfach, dass ich weitere Gäste hier auf dem Podium habe. Ich möchte hier gleich rechts von mir, links von Ihnen, ganz herzlich begrüßen Steffi Lemke. Steffi Lemke ist Mitglied des Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen und dort Sprecherin für Naturschutz in der Bundestagsfraktion, naturschutzpolitische Sprecherin. Und sie war auch gerade in ihrer Funktion als Abgeordnete bei der UN-Konferenz. Wir werden dich auch gleich dazu befragen. Ich möchte dann wiederum rechts von Steffi ganz herzlich begrüßen Frank Schweigert. Frank Schweigert hat die Deutsche Meeresstiftung gegründet und aufgebaut und er ist auch Gründer eines neuen, noch kleinen, aber feinen Verbandes, der sich nennt Bundesverband Plastikmüll. Meeresmüll, Entschuldigung, Meeresmüll. Aber dann sind wir ja schon auch beim Plastikthema. So ganz weit weg war ich da nicht. Ja, und dann ebenfalls ganz, ganz herzlich willkommen Heike Vesper. Heike Vesper ist die Leiterin des Internationalen Zentrums für Meeresschutzes des WWF World Wide Fund for Nature. Herzlich willkommen euch dreien. Schön, dass ihr mit uns diskutiert. Bitte begrüßen Sie mit uns. Ja, liebe Steffi, du hast jetzt, du kennst ja auch den Atlas, du beschäftigst dich schon jetzt doch einige Jahre auch mit dem Problem Meer und was muss getan werden. Es gab ja doch einige Hoffnungen, dass mit dieser ersten UNO-Konferenz in New York jetzt zum Meeresschutz es vielleicht einen Aufbruch gibt dafür, dass die Staatengemeinschaft es endlich ernst meint mit dem Meeresschutz und da kommt ja immer noch hinterher der nachhaltigen Nutzung der Meere. Es sind ja zwei Ziele. Wie schätzt du diese UN-Konferenz ein? Hat sie gehalten, was sie versprochen hat? Ist sie der gewünschte Aufbruch? Wie siehst du das? Es ist an? Ja. Ich glaube, dass diese UN-Konferenz eine riesengroße Chance sein kann und meine Betonung liegt auf der Möglichkeitsform. Auf der Konferenz selber ist erst mal noch überhaupt nichts Verbindliches passiert, noch nichts, was unmittelbar Wirksamkeit erlangen wird. Es hat einen sogenannten Call for Action gegeben mit einer ganzen Reihe von Unterpunkten. Der hat im Wesentlichen wiederholt, was in vielen UN-Übereinkünften, teilweise in nationalen Übereinkünften schon umgesetzt, bereits alles irgendwo schon mal diskutiert, vereinbart oder mit einer Absichtserklärung versehen worden ist. Das heißt, dort hat es nichts Neues gegeben, sondern, und deshalb habe ich gesagt, diese Abschlusserklärung ist auch eigentlich viel zu weich gewesen. Dort war erstens kein Fortschritt drin und bei den Punkten Klimaschutz und auch dem internationalen Seerechtsübereinkommen hat es sogar in der Formulierung eine Abschwächung gegeben. Das muss erst mal noch nicht negativ sein. Die Nationalstaaten haben immer verschiedene Interessen, aber dort jedenfalls kein Fortschritt. Es hat dann zweitens eine ganze lange Latte von Absichtserklärungen, bilateralen Bündnissen, Erklärungen der Nationalstaaten, was sie tun wollen, gegeben. Deutschland hat dort unter anderem den Aktionsplan für Meeresschutz des Entwicklungshilfeministeriums, den der Minister hier auch vor zwei Wochen vorgestellt hatte, verabschiedet und dort Geld versprochen für bilaterale Entwicklungsziele mit einzelnen Staaten, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, um dort Entwicklung anzukurbeln im Sinne von nachhaltiger Nutzung. Muss ich sagen, als Absichtserklärung erst mal gut, absolut begrüßenswert. Die Frage, ist das neues Geld oder ist aus vorhandenen Projekten zusammengesucht worden, ist komplett offen. Also mir scheint das ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt worden zu sein. Es gibt für mich bisher keine Klarheit, ob diese, ich glaube, 25 Millionen in den Haushaltsberatungen im September als sogenanntes frisches Geld beantragt werden oder ob man irgendwo etwas übrig gebliebenes einsammelt und das dort mal eben zurechtschußert. Das heißt, auch dort eine Möglichkeitsform. Es kann daraus was richtig Gutes erwachsen, aber es ist komplett offen, ob das passiert. Drittes Beispiel, es haben verschiedene Staaten erklärt, dass sie jetzt Meeresschutzgebiete einrichten wollen. Teilweise von, ich sage mal, fast schon gigantischer Größe im Vergleich zu dem, was bisher passiert ist. Das ist absolut begrüßenswert als Möglichkeitsform, weil es ist komplett offen, was heißt internationales Meeresschutzgebiet. Es gibt dafür keinen Standard, es gibt dafür bisher keine Definition. Also konkret die Frage, gibt es in einem internationalen Meeresschutzgebiet sogenannte Nullnutzungszonen, also die wirklich ausgenommen sind von Fischerei, von Schifffahrt, von Deep Sea Mining. Das ist unklar und das muss jetzt passieren. Das heißt, diese Konferenz hat aus meiner Sicht eine Tür aufgestoßen und das hat sie sperrangelweit aufgestoßen, weil die Resonanz war überwältigend, fand ich. Ich kenne keinen Teilnehmer, der mit dieser Aufmerksamkeit, mit dieser Presseresonanz, mit diesem Feedback, mit dieser, ich sage mal auch schon, hoffnungsvoll darauf starrenden Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit vorher gerechnet hatte. Ich glaube, da hat Trump dieser Konferenz mit seinem Abschied vom Pariser Klimaabkommen einen wirklichen Dienst erwiesen. Ich will ihm jetzt dafür nicht dankbar sein, aber der Effekt ist positiv gewesen. Es war das erste internationale Treffen, die erste UN-Konferenz zu einem Umweltthema nach dieser Trumpschen Erklärung und das war ein klares Nein zu dem, was Trump mit Paris vorhat. Aber es muss jetzt Butter bei die Fischer und die Frage stellt sich auch an die deutsche Bundesregierung. Die stelle ich äußerst kritisch an die deutsche Bundesregierung. Es ist mitnichten so, dass Deutschland Vorreiter beim Meeresschutz ist. Wir sind eine der besten Forschungsnationen auf dem Ozean mit GEOMAR, mit AVI, mit dem Helmholtz-Verbund. Eine Abkürzung, Alfred-Wegener-Institut. Also der ganze Forschungsverbund, die ganzen Forschungskapazitäten, es sind ja noch viel mehr, die Universitäten müsste man noch aufzählen, die seit vielen, vielen, das weißt du besser, Martin, Jahrhunderten, muss man glaube ich sagen, Meeresforschung betreiben. Das ist eine gigantische Kapazität, die wir da haben. Beim Meeresschutz sind wir relativ blank. Das heißt, Deutschland hat zwei Vertragsverletzungsverfahren der EU gegenwärtig an der Backe, die damit zu tun haben. Das ist einmal, weil wir das Düngemittelrecht nicht umgesetzt haben, also die Nitratrichtlinie, nicht umgesetzt haben. Aus den deutschen Äckern kommt viel zu viel Gülle, kommt viel zu viel Nitrat in die Flüsse und letztendlich in die Ostsee. Wir tragen massiv zur Überdüngung bei. Und das zweite Vertragsverletzungsverfahren existiert, weil Deutschland seiner erklärten Pflicht, ein Meeresschutzgebiet auszuweisen, in nationaler Verantwortung bisher nicht nachgekommen ist. Dort sind wir mehrere Jahre säumig, dieses konkret umzusetzen. Und dazu wird der Deutsche Bundestag am nächsten Donnerstag auch ganz konkret beraten, im Plenum das Bundesnaturschutzgesetz novellieren, was dafür ein Stück Rechtsgrundlage schaffen soll. Und da befinden wir uns gerade in einem gigantischen Clinch mit dem Umweltministerium, weil sie dort den sogenannten Nutzerressorts, also Wirtschaft, Forschung, gehört in diesem Sinne auch zum Nutzerressort Verkehr und Landwirtschaft, die für die Fischerei zuständig sind, ein sogenanntes Vetorecht einräumen will bei der Ausweisung dieses Meeresschutzgebietes. Und das ist für mich No-Go. Also das wäre ein Rückschritt für das Naturschutzrecht. Ich bin der Meinung, es wird ja kein komplettes Nullnutzungsgebiet sein, dass man sich dort auch mit den Nutzerressorts einigen muss, einigen kann. Aber dafür muss man nicht das Gesetz so aufweichen, dass es ein Vetorecht gibt. Ja, soweit erstmal herzlichen Dank. Gerne. Kommen wir auf jeden Fall sowieso auch noch zurück bei auch beim Plastikthema und so weiter. Was macht da die Bundesregierung? Frau Vesper, Sie haben ja auch die UN-Konferenz ganz gut beobachtet. Sie arbeiten mit und beim BWF seit vielen Jahren unter anderem zu einer der Kernforderungen, dass das Meer dringend breitere, größere Schutzzonen braucht. Nur 3,5 Prozent der Meere sind geschützt. Und in den Schutzzonen darf man auch noch nutzen, bis auf wenige Ausnahmen. Das gilt ja nicht nur für Deutschland, das gilt ja weltweit so. Jetzt hat die UN-Konferenz mal wieder, wie andere auch schon, mehr Schutzzonen angekündigt. Was versprechen Sie sich von diesen Schutzzonen? Erstens, warum sind sie wichtig? Und zweitens auch noch mal, wie schätzen Sie da das politische Handeln dazu ein? Warum sind Meeresschutzgebiete wichtig? Gute Frage. Weil der Rest der Meere genutzt wird und man braucht immer was in Reserve. Und wir brauchen Gebiete, in denen eben keine Nutzung stattfindet, weil die dann besonders effektiv sind. Und das hat die Forschung gezeigt in den letzten Jahren, dass es auch ganz egal ist, ob diese Meeresschutzgebiete im kalten Wasser oder im warmen Wasser sind. Da, wo der Mensch nicht eingreift, kann die Natur sich erholen und kann sehr viel mehr wieder produzieren, als sie das könnte, wenn wir auch eingeschränkt nur nutzen würden. Das ist sozusagen unser Konto, unsere Bank für die Zukunft, diese Gebiete. Und das Problem ist, dass selbst die paar Schutzgebiete, diese 3,5 Prozent global, die wir haben, mehrheitlich nicht in den Bereichen liegen, wo das Meer besonders produktiv ist, nämlich in den Küstengebieten, sondern weiter draußen. Und wir brauchen aber gerade in den Küstengebieten Schutzbereiche, damit dort die Fischbestände sich erholen können und dann wieder dafür sorgen können, dass die Leute ein Einkommen haben, die dort leben und eine Ernährungssicherheit haben. Da ist es aber natürlich besonders kompliziert, weil da der Druck am höchsten ist. Alles drückt auf die Küstenmeeresbereiche. Politisch betrachtet ist das ein langjähriges Trauerspiel. Ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen. Es gibt eine große internationale Verpflichtung seit vielen Jahren schon, dass bis zum Jahr 2020 10 Prozent der Meere unter Schutz stehen sollen. Dann wären sie immer noch weit hinter dem zurück, was man an Land geschafft hat. Das wird ganz sicher nicht erreicht werden. Auch mit diesen Versprechungen werden wir das bis 2020 nicht haben, denn das Ziel sagt nicht nur, es muss auf dem Papier geschützt sein, sondern man muss auch tatsächlich Schutz gemacht haben. Also nicht so wie in Deutschland. So, so, so. Gut. Also dass man das eben nicht nur auf dem Papier macht, sondern tatsächlich Schutzmaßnahmen ergreift. Geht es? Hören Sie mich? Ja? Gut. Und das sind langwierige politische Prozesse. In Deutschland hat es zwölf Jahre gedauert und wir stehen mit nichts da. Und so könnte es global auch laufen. Trotzdem ist natürlich große Hoffnung, dass diese Versprechen nachgehalten werden und wir dann mal am Ende mehr haben. Denn ich glaube, die Zeichen der Zeit sind erkannt. Wenn uns die Ozeane weiter unter den Händen wegsterben, in der Geschwindigkeit, in der sie das tun, dann werden wir als Menschen langfristig ein großes Problem haben. Wie groß? Also ich meine, ich finde es selber immer sehr spannend zu fragen, wie groß muss eigentlich eine Schutzzone im Meer sein? weil anders als an Land kann ich ja das Meer bei all den migrantischen Fischen und all dem, was da fließt, finde ich, ist es gar nicht so einfach, sich vorzustellen, wie groß muss denn eine Schutzzone sein, damit sich das wilde Leben im Meer erholen kann und regenerieren kann. Also die 10%, auf die man sich geeinigt hat, ist ein politisches Ziel. Wissenschaftler sagen, zwischen 30 und 50% der Ozeane müssten geschützt sein, um die Produktivität langfristig erhalten zu können. Dann bleibe ich noch weiter bei Ihnen. Sie sind ja eine der Initiatorinnen und auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass der Marine Stewardship Council aufgebaut wurde. Das ist ja der Versuch, im Kontext von Überfischung ein Nachhaltigkeitsprinzip einzuführen und unter anderem zertifizierten Fisch auszuweisen. Das machen ja auch Greenpeace und andere. Was ist das für ein Ansatz? Was versprechen Sie sich davon? Wo sind aber vielleicht auch die Grenzen? Der MSC, also der Marine Stewardship Council, der wurde aus der Not geboren. Vor etwa zwölf Jahren auch aus der Not heraus festzustellen, dass wir viele Jahre lang als Umweltverbände, jetzt nicht nur der WWF, sondern die anderen auch versucht haben, die eigentlich Verantwortlichen in die Pflicht zu nehmen, nämlich die Politik. Dass sie dafür sorgen, dass die Fischerei so geregelt wird, dass nicht mehr rausgeholt wird, als nachwachsen kann. Und dass man nicht andere Meeresorganismen schädigt, die man eigentlich gar nicht fangen will. Also dieser sogenannte Beifang. Das ist aber nicht gelungen. Und deshalb hatten wir gesagt, zusammen auch mit der Industrie, vielleicht gibt es einen privatwirtschaftlichen Ansatz, der das etwas schneller oder besser handhaben kann als die Politik. Und so ist es gegründet worden. Mit drei Prinzipien, die dem MSC unterstehen. Da geht es einmal darum, dafür zu sorgen, dass die Bestände nicht überfischt werden, dass Geltendes Recht eingehalten, wird und dass sozusagen weder die Lebensräume im Meer noch anderer Arten negativ beeinflusst werden. Jetzt, so viele Jahre später, stehen wir da und haben ungefähr 10 bis 12 Prozent der globalen Fischerei sind MSC-zertifiziert worden. Das heißt, man kann sehen, wie kompliziert und langwierig das ist. Und der MSC ist ja auch nicht ganz unkritisch so in der Betrachtung, sowohl von wissenschaftlicher Seite her als auch von anderen Akteuren, die sagen, er macht nicht immer eine gute Arbeit. Und das ist auch richtig, er macht nicht immer eine gute Arbeit, aber aus Fehlern muss man lernen und er muss sich verbessern. Denn jetzt ist es so, dass die Industrie tatsächlich ein Interesse gefunden hat an diesem Siegel. Und der MSC ist nicht ein Instrument der Umweltverbände, sondern ist ein sogenanntes Multi-Stakeholder-Instrument. Das heißt, viele Akteure sitzen an einem Tisch und versuchen sich zu einigen, was könnte denn Gutes dabei rauskommen. Und in solchen Fällen hat man immer einen Kompromiss, den man findet. Oft der kleinste gemeinsame Nenner. Und mit manchen dieser Dinge sind die Umweltverbände nicht einverstanden und das sind die Bereiche, in denen wir den MSC auffordern, massiv nachzubessern. Tatsächlich muss ich aber sagen, es gibt keine Alternative. Nicht zertifizierter Fisch ist sicher viel schlimmer als zertifizierter, auch wenn da nicht alles Gold ist. Und es gibt kein Label am Markt, also weder in Deutschland noch anderswo, das diesen hohen Standard des MSCs erfüllt, auch wenn nachgebessert werden muss. Ja, klare Aussage, auch zur Begrenzung eines solchen Instruments. Gleiches läuft ja auch, da sind Sie auch mit involviert, zum Thema Aquakultur. Also ich würde sagen, die Mehrheit der Aquakultur würde ich bezeichnen. Das tun wir auch im Atlas als Massentierhaltung unter Wasser mit den gleichen Effekten wie Massentierhaltung an Land. Und da wäre ja auch noch mal die Frage, geht nachhaltige Aquakultur? Wie geht sie? Und auch da sollten wir uns, das wäre auch meine Frage dann als Sie, es ja nicht gerade en vogue Verzicht zu verkünden. Ich glaube aber, dass wir beim Fisch genauso bei so einer Thematik sind wie beim Fleisch. Weniger ist auf jeden Fall absolut angebracht. Wir haben aber eine steigende Nachfrage, gerade auch der globalen Mittelklassen nach Meerestieren, auch nach diesen Fancy Ones, Schrimps, Krabben und so weiter. Also vielleicht auch dazu noch zu beiden eine Einschätzung. Also ob nachhaltige Aquakultur möglich ist, ich würde sagen, ja, an Land geht das. Wenn wir gerade diese vielen Arten von Karpfen, die es gibt im asiatischen Bereich, oder in Deutschland gibt es auch Tilapia mit Tomatenpflanzen. Ich glaube, das war mal ganz populär in den Medien. Das kann man dann gemeinschaftlich halten und dann funktioniert das. Nur die Menge, die da produziert wird, die ist natürlich so gemessen an dem, was global an Fisch gegessen werden möchte. Vielleicht könnte man in manchen Bereichen auch gerne sagen wollen, lass das doch mal sein. Das tut den Meeren nicht gut und den Menschen auch nicht. Aber Sie haben es ja gesagt, die Nachfrage steigt stetig. Und wir in Deutschland haben vielleicht den Luxus zu sagen, wir brauchen das nicht. Wir haben eh einen Eiweißüberschuss, tut uns gar nicht gut gesundheitlich, so viel zu essen. Weder Fisch noch Fleisch. Weniger ist da mehr. Aber in anderen Ländern geht es halt wirklich um Ernährungssicherung. Und bei der Aquakultur ist es so, da gibt es den Aquaculture Stewardship Council, den ASC, keine Abkürzung. Und der hat sich immerhin zum Ziel gesetzt, mal verantwortungsvolle Aquakultur zu zertifizieren. Also schon im Ansatz unter dem. Und da geht es darum, Best Practice zu haben. Und da geht es ganz gezielt darum, sich die ganz großen, ganz miesen rauszupicken, und die auf ein Level zu bringen, auf dem sie verantwortungsvoll agieren. Das ist ein sehr hehres Ziel und ein sehr langer Weg. Und wenn man nicht darauf verzichten will, solche Produkte zu essen, dann kann ich nur empfehlen, nach diesem Label Ausschau zu halten. Ja, herzlichen Dank, Heike. Frank Schweigert. Bevor wir auch nochmal zu diesen ganzen Governance-Fragen kommen, natürlich an dich vor allem auch die Frage nochmal, weil du ja nicht nur die Meeresstiftung gegründet hast, sondern auch den Bundesverband Meeresmüll. Was zum Thema Plastikmüll. Was muss da eigentlich getan werden? Was wäre da auch als nächstes dran zu handeln, damit von den vielen Bildern, die wir ja auch mittlerweile kennen, gefangene Schildkröten in Fischernetzen und so weiter, und dem anderen Wissen darum, wie Plastik sich in der Nahrungskette anreichert, eigentlich wegkommen können? Also ich glaube, das ist die schwierigste Frage, aber ich versuche sie zu beantworten. Plastik, oder Martin Fisbeck hat es schon angedeutet, Plastik ist nicht das größte Problem im Ozean. Also es gibt viele Probleme, die wirklich wesentlich größer sind, aber es ist ein sehr schönes Beispiel, das uns vor Augen führt, dass unser falscher Umgang mit diesem wertvollen Material Plastik einfach so nicht weitergehen kann. Und wenn wir immer darauf setzen, dass alles möglichst schnell und alles immer größer und immer profitabler sein muss, dann brauchen wir natürlich Verpackung, um unsere Nahrungsmittel quer über den Globus zu schieben. Mit dem Nachteil, dass dann beispielsweise die Plastikplanen, mit denen die Tomaten in Südspanien hochgezogen werden, dann im Magen von irgendwelchen Walen landen. Wir brauchen da ein vollkommen anderes Umdenken. Ich war in Berlin bei der Vorbereitung, vor einigen Monaten einer Fraunhofer-Studie, die mal gescannt hat, wo denn überall dieses Plastikmüllproblem entsteht oder vor allem auch dieses Mikroplastik. Und dann kam raus, näher ran, dann kam raus, dass ein ganz großer Prozentsatz dieses Mikroplastiks von den Straßen kommt, nämlich vom Transport, vom Abrieb der Reifen. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben überlegt, wie kann man das nun reduzieren? Das bedeutet, dass wir komplett in ganz vielen Bereichen umdenken müssen. Es kann einfach nicht angehen, dass wir die Tomate von Südfrankreich hierher fahren oder dass wir irgendwelche Milchprodukte nach Italien fahren oder dass wir happy damit sind, wenn wir italienisches Tafelwasser trinken. Das sind alles Dinge, die letztendlich dazu führen. Und ich sage immer, die wichtigste Maßnahme sind die regionalen Kreisläufe, die Tomate eben nicht verpackt irgendwo im Supermarkt kaufen, sondern beim Bauer meines Vertrauens. Und ich glaube, es gibt viele Strukturen auch hier in Berlin, viele Start-ups auch hier in Berlin, die diese Sachen befördern und Urban Gardening und so weiter. Also das nur, um ein Beispiel zu nennen. Ja, vielleicht ein weiteres Beispiel. Also wie gesagt, Mikroplastik in Kosmetik, darauf könnte man auch verzichten. Was ist dir denn bekannt? Wie man jetzt versuchen kann, politisch eben auch mit dem Verbot von Mikroplastik in unterschiedlichsten Produkten, wo man es gar nicht braucht, umzugehen. Was wäre da, was sind da so Schritte, die angedacht sind? Da arbeitet ihr ja auch dran. Da arbeiten wir dran. Mir geht das alles viel zu langsam. Also wenn es möglich ist, Mikroplastik in Kosmetikprodukten von heute auf morgen zu ersetzen, dann muss das auch passieren. Und dann reicht es nicht, wenn die Unternehmen mit Selbsterklärungsverpflichtungen arbeiten und die Politik das akzeptiert, sondern dann muss die... Teile der Politik. Teile der Politik, ja, richtig. Sondern da muss man wirklich sofort handeln. Und beim Bundesverband haben wir neulich ein Meeting gehabt. Da haben wir... Da ist die Plastiklobby auch mit am Tisch, weil wir gedacht haben und ich da auch der Überzeugung bin, dass wir das Problem nur auch mit den Verursachen lösen können. Und dann haben wir sie konfrontiert mit einem Strafrechtler. Und der Strafrechtler hier aus Berlin, Professor Heger, hat gesagt, na gut, also wenn ich weiß, wenn ich eine Zahnpasta herstelle, in der beispielsweise Mikroplastik drin ist und wenn ich weiß, dass dieses Mikroplastik durch die Kläranlage zumindest in großen Mengen durchgeht und dann im Meer landet, dann weiß ich ja auch, dass ich mit der Herstellung dieser Zahnpasta letztendlich die Meere verunreinige. also ist das ein Strafrechtbestand. Und ich glaube, wir müssen jetzt dazu kommen, dass wir relativ schnell auch politisch das in entsprechende Maßnahmen umsetzen und dass es einfach von heute auf morgen verboten wird. Damals, als die Rauchgasentschweflung in der Diskussion war, da hat die Industrie gesagt, das geht nie und nimmer. Und dann hat man ein Gesetz gemacht und es ging von heute auf morgen. Es gibt viele Dinge, die von heute auf morgen gehen. Die Technologie ist da. Wir leben in einem Land von Tüftlern und Erfindern, die technologisch wirklich Höchstleistungen bringen können. Und ich finde es unter anderem, hat direkt auch ganz viel mit den Meeren zu tun. Eine große Schande, dass unsere Autoindustrie einfach die Mobilität von morgen verpennt hat. Super. Wäre jetzt nochmal, dazu machen wir auch ganz viele Veranstaltungen, auch in ein paar Tagen eine zum Dieselgate. Und so viel dazu. Ich würde gerne vielleicht auch, damit sich auch ein Gespräch zwischen Steffi Lemke und Frank Schweigert ergibt, gerne den Dialog eröffnen dazu, warum kommt denn kein Verbot von Mikroplastik? Wer sind denn da die Akteurinnen und Akteure, die das verhindern? Ich glaube, dass Mikroplastik ein wunderbares Beispiel ist, um zu erklären, warum bestimmte Dinge im Moment nicht passiert. Es ist möglich, Mikroplastik, Beimischung und Kosmetika zu verbieten, von heute auf morgen. Das dauert dann vielleicht von mir aus vier Monate, da so ein Gesetz in Kraft ist. Aber diese Beimischung von Mikroplastik und Kosmetik ist so überflüssig wie ein Kropf. Das hat es vor einigen Jahren nicht gegeben. Das ist aus vollkommen sinnlosen Erwägungen dort hineingetan worden. Und man kann es schnell und unkompliziert wieder rausnehmen. Das ist ja an einzelnen Produkten auch passiert. Auf dem Wege von freiwilligen Selbstverpflichtungen wollte die jetzige Bundesregierung dieses Problem lösen. Und deshalb habe ich da jetzt Protest eingelegt, weil es ist auch seit mindestens mehreren Monaten, ich würde sagen, Jahren bekannt, dass freiwillige Selbstverpflichtungen für dieses Thema nichts taugen. Punkt aus Ende. Das weiß die Bundesregierung, das weiß Bundesumweltministerin Hendricks, das weiß die Forschungsministerin, das weiß die Bundeskanzlerin. Und sie haben sich nicht für ein Verbot entschieden. Ich bin gespannt, was jetzt zum G20-Gipfel passiert. Zum G7-Gipfel in Elmau hat die Bundeskanzlerin persönlich sich diese Plastikproblematik ja auf den Tisch gezogen. Seitdem ist nichts, aber auch nichts Wirksames passiert. Es hat viel Palabra gegeben, sonst nichts. Und ich kann alle nur auffordern, beim G20-Gipfel genau hinzugucken, ob Deutschland als Minimum, damit haben wir das Problem noch nicht ansatzweise gelöst, aber man hat wenigstens erklärt, dass man es lösen will, für sich selber ein Mikroplastikverbot bei der Beimischung in Kosmetika ankündigt. Damit haben wir den Reifenabrieb nicht gelöst, viel schwieriger. Und ich will noch ein anderes Problem ansprechen, weil es beim Makroplastik, also Tüten, Flaschen und diesen ganzen Krams, wunderbares Beispiel, Hygieneartikel, ja, also Binden, Kondome, alles Mögliche, wer einmal in der Kläranlage gewesen ist oder sich einmal angeschaut hat, was bei Starkregenereignissen passiert, dann gehen nämlich auch in diesem wunderbaren Deutschland mit seinem tollen Abwasserentsorgungssystem die Abwässer ungeklärt in die Gewässer, weil dann sogenanntes Abschlagwasser entsteht, das heißt, die machen einfach den Schieber auf und lassen diese Mengen an Wasser, die in kurzer Zeit anfallen, komplett ungeklärt in die Gewässer raus. und ich weiß nicht, ob hier Wassersportler dabei sind oder Schwimmer, man kann an jedem deutschen Fluss, man muss nur am Ufer spazieren gehen, überall, wo es noch halbwegs natürliche Flussufer gibt, auf den Steinen setzt es sich häufig nicht so fest, innerhalb von einer halben Stunde ein Big Pack mit Plastikvollmüll sammeln. Das geht an deutschen Gewässern genauso gut wie an asiatischen, weil auch hier der Müll immer stärker akkumuliert, als er sich ansammelt über die Jahre und wir hier auch ein Makroplastikproblem einfach unserer Kanalisation heraus haben, abgesehen davon, dass auch durch die Filteranlagen jenseits von Mikroplastik nicht alles rausgefiltert wird. Auch da geht noch genug durch. Das ist ein systemisches Problem, den wir aus meiner Sicht auch nur durch ein Umsteuern, so wie Sie es angesprochen hatten, von Stoffströmen, also regionaler und vor allem weniger und sinnvoller. Es gibt diese wunderbare Idee in einigen wenigen Großstädten, bisher leider nur von den Supermärkten original unverpackt, die den Versuch unternehmen, komplett zu verzichten. Wenn wir es schaffen würden, in jedem Supermarkt auf 10% Plastikmüll zu verzichten, in dem ersten Schritt wäre wahrscheinlich viel, viel mehr in viel kürzerer Zeit erreichbar. Deshalb sage ich, wir brauchen dieses Verbot von Beimischung auf dieser sinnlosen Strecke Kosmetika und wir brauchen konkrete Reduktionsziele für Plastikmüllproduktion und damit aus meiner Sicht von Plastikproduktion. Ohne konkrete quantifizierbare Ziele werden wir der Sache nicht näher kommen. Es hat beim CO2 nicht funktioniert. Wir müssen die Klimakatastrophe aufhalten, tolle Geschichte, aber wenn sich nicht Nationalstaaten und zwar per Gesetz verpflichten, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren, wird das nicht passieren. Deutschland hat es in vollmundigen Absichtserklärungen getan, aber sich nicht gesetzlich darauf verpflichtet, diese Reduktionsziele zu erreichen. Deshalb haben wir als Grüne gesagt, wir brauchen ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen und letztendlich einklagbaren Rechten oder Pflichten von Staaten, bestimmte Umweltziele zu erreichen. Meine These ist, dass ansonsten Governance, wie wir sie in den letzten 40 Jahren kennengelernt haben, Ministerien machen ihre Ressortpolitik und versuchen mit irgendwelchen Absichtserklärungen strikte Ziele, also schwierig zu erreichen, die sind praktisch ganz schwer zu erreichen, das hinzubekommen, das wird scheitern, wenn wir nicht einen anderen politischen Willen dahinter haben oder auch bessere Strukturen finden. Wunderbar, Dankeschön, Sie können immer klatschen. Ja, vielleicht auch nochmal an Sie beide. Wir haben dieses Schaubild gezeigt zur Zerstückeltheit und Fragmentiertheit der globalen Governance im Meeresschutz. Schauen wir uns doch mal die deutsche Situation an. Gibt es denn von Deutschland aus, von dieser Regierung aus so etwas wie eine kohärente und in sich konsistente Meeresschutzpolitik? Also ich habe in der kurzen Zeit gelernt, ein Landwirtschaftsministerium Wussten Sie, dass das Verkehrsministerium für Tiefseebergbau zuständig ist? Das Wirtschaftsministerium macht wieder was anderes. Vielleicht an Sie beide, Frank Schweigert und Heike Vesper, hier mal einen kurzen Einblick darin, wie wir uns koordinieren vor der eigenen Haustür. Also ich habe in den vergangenen 25 Jahren quasi als Journalist diese ganze Szene beobachtet und das war dann auch der Hintergrund, diese Deutsche Meerestiftung zu gründen, weil ich festgestellt habe, es fehlt an Wissen, es fehlt an Dialog und ich habe Dinge erlebt, da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, ich will vielleicht zwei erzählen, ich war vor zwei Jahren im Europaparlament in Straßburg, saß oben im Plenum bei diesen 800 Abgeordneten und es ging um zwei Themen, einmal um die Freigabe der Tiefseefischerei und einmal um die Fischereirechte der Westsahara und ich saß also drin und wenn die Politiker informiert gewesen wären, wenn es geklappt hätte, dass aus der Wissenschaft das Wissen wirklich an die Entscheidungsträger in vernünftiger und verständlicher Form herangetragen worden wäre und wenn man die Lobby hätte ausschalten können, dann hätte niemand mit knapper Mehrheit dafür gestimmt, dass nachdem wir die Oberflächenfische alle ausgeräubert haben, nun auch die Tiefseefischerei erlaubt wird. Ich saß drin mit knapper Mehrheit beschlossen. Zweites Thema, die Fischereirechte der Westsahara. Man hat lange darüber diskutiert, ob man nun Marokko EU-Millionen dafür gibt, dass die großen Fischereiflotten vor der Westsahara fischen dürfen. Ich vergleiche das immer damit, wie wenn sie jetzt hergehen würden und sagen, lieber Freund, da unten steht der Mercedes meines Nachbarn, wenn du mir Geld gibst, dann kannst du den nach Hause fahren. Und da haben sich Abgeordnete zu Wort gemeldet, haben gesagt, wir haben das rechtlich prüfen lassen, das ist illegal, dass wir so etwas tun. Unser Geld der Europäischen Union ist nach Marokko gewandert, weiß der Teufel, wer das dann da bekommen hat und was der damit macht. Und unsere großen Fischereiflotten fahren dorthin und ich habe mich mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrücher später unterhalten, die haben gesagt, jawohl, wir haben dort ein Riesenproblem, weil nämlich diese großen Fischereifloten Schiffe, die lokalen Fischer platt fahren, die fahren sie einfach über und wir müssen dann dahin fahren und müssen gucken, wie wir mit dem deutschen Seenotrettungswesen dort helfen können. Und dann gehen wir her und wundern uns, warum die Leute bei uns vor der Tür stehen und um Asyl nachsuchen. Ich finde, um dieses Thema zu Ende zu bringen, vielen Dank, wir brauchen einen gerechten Preis, es kann nicht sein, egal mit welchem Label wir den Fisch im Laden kaufen, ich bin glücklich, dass wir unter unseren Förderungen der Deutschen Meerestiftung einen Fischunternehmer haben, der es in den vergangenen Jahren geschafft hat, den Fischpreis zu verdoppeln. Mit einer Fischmanufaktur, nämlich den Fisch ein wertvolles Gut, nicht durch irgendeine Maschine zu schieben, sondern von Menschenhand wieder aufzubereiten, dass es so lecker und wertvoll ist, dass wir es alle genießen können. Also lieber viel, viel weniger essen und dafür viel besser, also es gibt da viele Beispiele. Ein dritter Punkt, den ich anmerken möchte, im Zusammenhang mit der Politik und ich finde, es mangelt ganz krass am Dialog, im Zusammenhang mit dem Klimawandel, auch so ein Querschnittsthema, ähnlich wie die Meere, haben die Politiker jahrelang über dieses Zwei-Grad-Ziel gesprochen. Es hat sich keiner darüber aufgeregt, dass wissentlich ab einer Temperaturerhöhung von circa 1,5 bis 1,6 Grad alle Warmwasser-Korallen-Riffe dieser Welt zugrunde gehen. Man hat es einfach akzeptiert, politisch akzeptiert und niemand hat Alarm geschrien. Und das sind einfach Dinge, wo ich denke, wir brauchen eine höhere Transparenz und deswegen bin ich glücklich und froh, dass es diese Ozeankonferenz gegeben hat. Es ist ein deutliches Zeichen, dass die Weltgemeinschaft begriffen hat, dass wir in Zukunft diese Ozeane brauchen und zwar zum Überleben von uns Menschen. Die Meere kommen schon irgendwie zurecht, aber wir haben das Problem. Herzlichen Dank. Nochmal vielleicht zur deutschen Situation, wie es werden hier eigentlich Entscheidungen vorbereitet, koordiniert, abgestimmt, wer gegen wen oder mit wem. Ich ringe noch mit dem richtigen Bild dafür, ob ich es zersplittert oder mosaikhaft nennen soll. Also zersplittertes Mosaik passt vielleicht am besten. Also wir haben überhaupt gar keine Koordination zum Thema Meere unter den entsprechenden Behörden, die dafür zuständig sind, Entscheidungen zu treffen. Es gibt zwar gemeinschaftliche, internationale Ziele, aber die Umsetzung erfolgt halt je, wie er gerne möchte und dann auch entsprechend seiner Klientel. Wir haben nicht mal im Umweltministerium eine einzige Abteilung, die dafür zuständig ist, sondern zwei Konkurrierende, die nicht unbedingt miteinander gute Gespräche führen. Wir ringen seit Jahren darum als Verbände, dass wir gerne einen runden Tisch hätten, einen Ocean's Table, an dem sich alle Beteiligten in regelmäßigen Abständen zusammenfinden, um dann mal zu gucken, was sind die Ziele und was für Entscheidungen muss man politisch treffen, damit man auch dahin kommt und damit sozusagen eben nicht das Verkehrsministerium, dem Forschungsministerium, dem Entwicklungshilfeministerium sozusagen immer gegenseitig, was der eine mit den Händen aufbaut, das reißt der andere dann wieder ein, dass wir aus dieser Situation herauskommen und das hoffe ich, dass diese SDGs, also die Sustainable Development Goals, wo es in New York darum ging, zum Thema Oceans, dass das ein guter Anlass ist, um diese sogenannte Kohärenz, also die gute Zusammenarbeit unter den Ministerien zu befördern. Es gibt da so ein paar Statements auch aus verschiedenen Bereichen, die sagen, ja, das möchten wir gerne machen und am Ende werden wir sehen, ob es so kommt. Also wir kämpfen dafür und wenn Sie großes Interesse daran haben und wenn die Berichterstattung weiter so hoch bleibt, wie sie ist zurzeit zum Thema Meere, dann kann die Politik auch handeln, denn das Problem ist ja immer, wenn es keinen öffentlichen Diskurs gibt, dann passiert auch nichts und wenn das Problem weiter ungesehen bleibt, so sind wir Menschen ja leider, was ich nicht selber sehe, das glaube ich auch nicht und wenn das, was in den Meeren passiert ist, in den letzten 30 Jahren an Land sichtbar wäre, dann glaube ich, dann würden wir vor Schockiertheit keine Worte mehr finden und das muss ans Licht gezehrt werden und deshalb sind diese Konferenzen super wichtig und deshalb ist der Meeresatlas wichtig und solche Veranstaltungen hier auch. Danke. Ganz kurz noch. Ich finde, Frank Schweigert hat auch nochmal einen guten Punkt gerade gebracht mit, hört eigentlich die Politik der Wissenschaft zu? Jein. Ich denke, ich teile mal so ein bisschen die Punkte, die die Vorredner gesagt haben. Vielleicht will ich auch mal ein Stück weit auch ein bisschen an Ehrlichkeit da appellieren. Das Thema mehr ist natürlich auch ein Komplexes. Dort gibt es eine Menge Rahmenrichtlinien, die man einhalten muss und wir sind natürlich in Deutschland auch ein sehr aufwendiges verwalteter Staat, der auch gut funktioniert, auch relativ transparent ist, aber natürlich auch Spezialministerien, zu Spezialthemen. Das muss man denen ein bisschen einräumen. Das kennen Sie im Studium genauso wie in Wirtschaftsunternehmen, das natürlich auch Konkurrenzsituation zwischen Ministerien ist. Das ist ein ganz normaler Vorgang in allen Regierungen. Was man dann normalerweise macht, ist auf Kanzleramtsebene eine Kohärenz einfordern. Und ich bin da ganz bei Heike. Wir haben das letztendlich aus der Wissenschaft in vor zwei Jahren gestartet. Zweimal haben wir uns ja im ISS hier in Potsdam getroffen, am Institut für Nachhaltigkeitsstudien und haben dort alle Ressorts mal eingeladen, weil die reden nämlich nicht miteinander. Und dann haben wir gedacht, auch wir in der Forschung können ja mit allen reden, können wir alle mal einladen. Der Klaus Töpfer, muss man an der Stelle sagen, ist sicherlich der, der es erlaubt hat, diese Einladung so auszusprechen, dass alle auch gekommen sind. Und diese Runden waren immer gut. Heike, du warst ja dabei. Da haben wir auch festgestellt, dass viele Akteure da zum ersten Mal auf politisch neutralem Grund sich auch mal unterhalten. Und wir beide haben ja auch gesagt, jetzt kommt die große Konferenz in New York. Was macht denn nun Deutschland? Und alle waren so, oh, da müssen wir was machen, wir wissen noch nicht was. Und dann haben sie dann auch jetzt letztendlich ein gutes Bild abgegeben für Deutschland und auch für andere Staaten. Wir waren da deutlich besser aufgestellt als viele andere. Trotzdem ist dort Luft nach oben. Hören die auf die Wissenschaft? Naja, die Wissenschaft spricht ja auch nicht mit einem Wort, sondern wir haben natürlich auch Experten aus verschiedenen Fachbereichen, die durchaus mit dem einen oder anderen reden und man natürlich auch nicht immer eine kohärente Antwort kriegt. Auch hier helfen so eine Runden, wo man eben sagt, wir nehmen die Expertise aus der Wissenschaft von den verschiedenen Bereichen mit der Expertise aus der Zivilgesellschaft, wie wir durchaus tolle Leute in Deutschland haben und der Politik und machen mal Runden zu Themen. Und diese Runden sind wichtig und ich glaube, wir brauchen die sowohl bei den Vereinten Nationen als auch in Deutschland und jetzt kommen wir zu den SDGs. Der Meeresatlas hat mir geholfen, dieses Thema Ihnen klarer zu machen, um den Druck hochzuhalten. Ich muss aber auch sagen, viele Kollegen aus den Ministerien nehmen den reißend, weil sie sagen, ich habe schon aus der Plastik gehört, aber die anderen Sachen, das war mir gar nicht so klar. Die wissen ja auch nicht selber, woher denn auch, was die anderen Ministerien da so wirklich machen und so ein Produkt hilft. In New York übrigens die einzige Publikation, die über die ganze Breite der Agenda informiert hat. Die einzige. Das war ein absoluter Renner da, der englische Atlas. Es gibt sowas leider nicht und ich bin ganz stolz, dass wir das hingekriegt haben. Und Sie das toll finden und heute kommen. Aber nochmal zu dem, was passieren muss. Ich glaube, wir brauchen Kohärenz. Wir brauchen Kohärenz auch bei dem, oder insbesondere bei den Meeresthemen und wir müssen eigentlich in Deutschland das viel mehr einfordern. Die nachhaltigen Entwicklungsziele haben in Deutschland einen ganz interessanten Aspekt ausgelöst. Es gab natürlich eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie seit sieben Jahren, die im internationalen Vergleich durchaus sehr gut war. Aus dem Kanzleramt initiiert, Herr Bauernfeind, den ich sehr gut kenne, war da so stolz drauf. Als ich die nachhaltigen Entwicklungsziele in New York mitverhandelt habe, mit Herrn Bauernfeind gesprochen, habe ich gesagt, na Herr Bauernfeind, schreiben wir die jetzt um? Nicht. Die deutsche Nachhaltigkeitsarchitektur und die Antwort war genau dieselbe. Das ist ja, Herr Fisbeck, wir haben so eine Tolle hier, das machen wir niemals. Die Kanzlerin hat ein halbes Jahr später gesagt, Moment mal, ich kann ja unsere nachhaltige Architektur gar keinem verkaufen auf der Weltbühne, wenn da nicht die SDGs drinstehen. Und die Kanzlerin hat letztendlich über Herrn Altmaier, Herrn Bauernfeind, den Auftrag gegeben, die wird umgeschrieben und da kommen alle SDGs vor. Was war das für die Meere? Die alte Nachhaltigkeitsstrategie, also das Wort Ozean nicht einmal und das Wort Meer einmal. In der neuen Architektur gibt es sechs Seiten zum Thema Ozean, weil es eben auch den SDG 14 gibt. Und da sieht man mal wieder, dass die internationalen Prozesse auch bei uns was auslösen können und was wir jetzt mit ihrer Hilfe einfordern müssen, dass die eben auch gelebt wird, dass die umgesetzt wird und auch dazu führt, die Ressorts, die für diese Ziele zuständig sind, sich besprechen und gemeinsame Handlungsaktionen planen mit der Wissenschaft, mit der Zivilgesellschaft und der Politik und dafür werde ich mich einsetzen. Ja, wunderbar. Auch nochmal für diese Erläuterung. Also ich hoffe, dass alle wissen, was diese SDGs sind. Sustainable Development Goals 2015 von der UNO verabschiedet, 17 Ziele, 167 Unterziele und es ist schon ein Erfolg gewesen, dass Ziel 14 mit sieben Unterzielen im Prinzip genau diese Chance und diesen Ausgangspunkt bietet, dass wir über Meeresschutzzonen reden, über Fischung reden, zu Tiefsee, also zu allen Facetten, die wir eigentlich hier heute auch abbilden und die wir im Atlas abbilden. Und von daher, und das ist es dann halt auch, das Meer braucht ein Maßnahmebündel und nicht nur sektorale Zugänge, sonst ist dieses Ökosystem wirklich in seiner Komplexheit und Kompliziertheit halt auch wirklich nicht zu retten. Ich habe Ihnen versprochen, dass auch Sie dran sind. Ich möchte auch die Schülerinnen und Schüler draußen, bitte kommen Sie rein, wenn Sie eine Frage haben sollten. Sie sollen da nicht ausgesperrt und ausgeschlossen sein. Es kommt ein Mikro zu Ihnen. Das Mikro ist immer an, also nicht gucken, ob da ein Schalter ist. Es springt an, wenn Sie reinsprechen. Mir wäre es sehr recht, wenn Sie keine Co-Vorträge halten, sondern Fragen oder eine Anregung geben und noch viel besser ist, wenn Sie sagen, ob die Frage an Frau Vest bei Herrn Schweigert, Frau Lemke oder Martin Fisbeck geht. Melden Sie sich, damit ich sehe, wo das Mikro hin soll. Hier ist eine Dame, die zwei kommen dann zu Ihnen. Hier vorne rechts, links. Sagen Sie schon mal, dann kann man, wo ist noch? Hier in der Mitte, das dauert länger, dann sind Sie als Zweite dran. Okay, gern. Sagen Sie auch, wer Sie sind, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank für die hervorragenden Beiträge. Mein Name ist Julia Trul, ich bin Wirtschaftsethikerin und ich habe zwei kleine Anregungen für etwas, was wir alle tun können, weil ich hoffe, es geht Ihnen so wie mir. Wir müssen jetzt wirklich was tun und auf die Politik zu warten, hat ja wohl nicht ganz so viel Sinn. Zwei Sachen. Das eine ist für all die, die Apple-Produkte benutzen. Apple ist die Firma, die im Moment am meisten Lobbyarbeit macht, um Reparaturen von diesen Gadgets zu verhindern. Das heißt, diese kostbaren Erden, diese Konfliktmineralien, die werden alle abgebaut, um immer ständig neue Gadgets zu produzieren. Wenn wir die Dinge reparieren würden, wie ein Fairphone repariert werden kann, dann bräuchten wir das alles nicht. Das würde dann eventuell auch diese Tiefsee-Bergbau verhindern. Und das andere ist, nochmal um zurückzukommen auf das schon erwähnte Plastik in der Kosmetika. Ich hatte neulich die Gelegenheit, mit Beiersdorf zu reden, mit dem Vorstand und der Nachhaltigkeitsabteilung dort. Und die benutzen, das steht auch auf deren Webseite, in den meisten Cremes und Produkten 20% flüssiges Plastik. Nicht mehr die Mikroprodukte, weil die waren ja schon mal in Medien und das kam nicht so gut an. Sie haben sich jetzt auf flüssiges Plastik verlegt. Die haben, obwohl wir das Vorsorgeprinzip hier haben, keine Untersuchung vorher gemacht, ob das dem Wasser schadet oder den Menschen. Sie machen es trotzdem. Und mir wurde gesagt, dass Sie das so lange tun, bis sich die Verbraucher darüber beschweren. Und das gilt nicht nur für Beiersdorf, das gilt auch für alle Konkurrenten von Beiersdorf. Bitte tun Sie was und beschweren Sie sich. Und vielen Dank nochmal für Ihre Arbeit. Ich habe eine Frage an Herrn Fisbeck und Frau Lemke. Wir haben das vorhin schon gehört, es geht um das 2-Grad-Ziel. Das war ja 2007, glaube ich, auch schon im Bericht. Ist das noch zu realisieren? Also sind wir da irgendwie noch dran? Und auch, was tut die deutsche Politik, damit wir das vielleicht noch irgendwie schaffen und zumindest nah rankommen? Passiert überhaupt noch etwas oder gibt es Konferenzen, man redet drüber und dann hat man drüber geredet? Ja, mein Name ist Frank Wendel. Ich fahre ja öfter an die Nordsee und da muss ich feststellen, dass die Nordsee furchtbar dreckig ist. Das kommt auch von den Schifffahrtslinien, die da vorbeifahren, gegenüber von Spiekeroog. Und was die da alles reinschmeißen, Plastikmüll und Teerprodukte, das darf es nicht sein. Selbst die müsste man ranziehen, dass sie mit einer horrenden Strafe das denn bezahlen müssen. Dass sie es selber auch sehen. Ja, herzlichen Dank. Ich würde noch eine Frage nehmen, aber es ist gar nicht so viel. Okay, dann gehen wir aufs Podium zurück und fangen vielleicht nochmal mit dem Thema an. Wie können wir Rohstoffe vermeiden, recyceln, wiederverwerten, reparieren? Das gilt ja insgesamt nicht nur für das Plastik-Thema, sondern überhaupt für Ressourcenkonsum, vor allem auch für die Smartphones, für alles, was mineralische Rohstoffe braucht. Also wir hatten ja schon festgestellt, ich will es vielleicht nochmal ein bisschen ausführen, dass wir über 16 Zuständigkeiten in den Meeren haben. Und jedes Ministerium sieht die Geschichte mit dem Meeresbergbau wieder unterschiedlich. Also im Prinzip, das Wirtschaftsministerium möchte ihn fördern und ich weiß vom gegenüberliegenden Ministerium, nämlich dem Bundesverkehrsministerium, dass es dort einen Referentenentwurf gibt, der besagt, dass wir erstmal unsere Kreislaufwirtschaft in Ordnung bringen müssen, bevor wir uns um den Meeresbergbau kümmern. Und da gebe ich dem Referenten recht und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis und ich will jetzt nicht nur auf die Kläranlage ansprechen, sondern wenn Sie mal bei uns in Deutschland irgendwo die Gelegenheit haben, in so eine Müllsortieranlage reinzugehen, was da alles weggeschmissen wird, was am Ende verbrannt wird. Also wir in Hamburg, da lebe ich, da ist es sogar so, dass aufgrund des Sparvolumens die Menschen weniger Müll produzieren und dann die Müllverbrennungsanlagen nicht mehr ordentlich erarbeiten können. Es gibt also Menschen, die damit beauftragt sind, im Ausland Müll zu kaufen, denen wir in Hamburg durchs Kamin jagen, damit wir warmes Wasser haben. Das sind Zustände, die sind komplett unhaltbar und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Und ich bin froh, also über die Veranstaltung, auch über den Atlas, dass wir in einer Demokratie leben und dass wir die Möglichkeit haben, Politiker zu wählen, sie zu fragen, für was sie sich einsetzen. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Politiker, die sich mit dem Thema mehr je beschäftigt haben. und ich möchte ganz, ganz dringend den Appell an das Publikum richten, tun Sie das, reden Sie mit den Leuten, zwingen Sie Ihre Volksvertreter dazu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch wenn es unter der Meeresoberfläche ist. Also ich glaube, diese langen, also es ist ein bisschen langweilig und man kennt das eigentlich auch, aber man kommt ja immer wieder drauf zurück. Jute statt Plastik hatten wir schon mal, als ich ganz klein war. Also diese ganzen Sachen von, die Sachen länger benutzen, wieder zu verwerten und zu recyceln. Das sind so diese drei magischen Wörter und da können wir uns, glaube ich, die können wir uns gar nicht groß genug selbst auf die Fahne schreiben, als Verbraucher, wie wir damit umgehen, wie wir Anziehsachen kaufen, wie wir mit Elektrogeräten umgehen, wie wir Plastikverpackungen nutzen, Plastiktüten. Ich finde es immer schön, wenn ich im Laden bin und sehe, jetzt kostet das Ding ein paar Cent, jetzt nimmt es keiner mehr. Finde ich fantastisch, dass das rückläufig ist. Was wir aber nicht sehen ist, dass durch den Internethandel natürlich viel mehr Verpackung auf den Markt kommt. Und das ist in Deutschland ein riesiger wachsender Zweig, weil das natürlich alles verpackt wird und jeder kennt das. Man bestellt so ein kleines Ding, kriegt so eine Kiste und drumherum ist diese Plops-Folie und zwar massig, damit das bloß keinen Schaden nimmt. Alles einmal benutzt und dann kommt es in den gelben Sack. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir in Deutschland dieses Lizenzsystem haben, was relativ erfolgreich ist, weil es hoch subventioniert ist und zwar nicht staatlich, sondern die Unternehmen müssen ja dafür zahlen, dass die Verpackungen wieder zurückgenommen werden und entsorgt werden und nicht für Konsumenten. Und das ist ja genau das Problem in anderen Ländern, in Südostasien nämlich und in den Entwicklungsländern. Da wird das alles munter auf den Markt geworfen. Das sind diese wachsenden Ökonomien, der Verbrauch steigt. Was früher in Bananenblätter gepackt worden ist, wird heute in so eine hübsche Styroporschachtel getan. Und die haben aber keine finanziellen Möglichkeiten, diese Müllentsorgung zu haben. Und deshalb finden wir, dass die Unternehmen in der Verantwortung sind, Geld dafür zu bezahlen, das wieder zurückzunehmen, so wie wir das in Europa mit der Elektrogeräteverordnung haben. Die Menge, die in Verkehr gebracht wird, die muss zurückgenommen werden, dafür muss bezahlt werden. Ja, ist das Zwei-Grad-Ziel noch zu erreichen? Ich versuche das mal zu verbinden mit einer Frage, die mich umtreibt, die ich vorhin schon mal in einem Zwischenruf zum Ausdruck gebracht hatte, die Politik, die es nicht gibt. Es gibt nicht die Politik, es gibt nicht die Schüler, die Studenten, die Wissenschaftler, es gibt nicht die Autofahrer, die alle blöd sind und die Radfahrer, die alle toll sind. Das gibt es alles nicht. Sondern in der Tat werden sie jedes Mal, wenn sie irgendetwas tun, genauer hinschauen müssen. Und es empfiehlt sich, glaube ich, das insbesondere bei Wahlen zu tun. die sind halt in der Demokratie nicht komplett irrelevant. Und ich glaube, dass eine der großen Stärken von Frau Merkel ist, dass sie es wirklich geschafft hat, die Politik zu etablieren. Ja, es ist alles irgendwie das Gleiche. Es gibt keine Alternativen und das geht auch jetzt immer so weiter. Und deshalb ist die Frage, mit dem Zwei-Grad-Ziel nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Es kommt darauf an, was wir tun. Wenn wir was tun, ist es zu erreichen, und wenn wir so weitermachen, wie auch die deutsche Bundesregierung gegenwärtig tut, wird es definitiv nicht erreichbar sein. Ich glaube gar nicht, dass bisher immer alle dem Zwei-Grad-Ziel hinterhergerannt sind. Also wir haben zumindest auch über weniger lange, lange Zeit diskutiert, bis es dann halt in Paris als das Ziel vereinbart worden ist. Und das ignoriert in der Tat, dass die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels bedeutet, dass das Grät-Berger-Rief im Eimer ist. Das haben wir verloren. Das haben wir kaputt gemacht. Also das ist eines der schönsten Riffe, eine der schönsten unterseeischen Landschaften, die die Menschheit zumindest kennt, haben wir zerstört, und zwar unwiderruflich. Das wird hier im Raum keiner mehr erleben, dass das irgendwann wieder geheilt wird. Das ist weg. Die Frage ist, ob das für alle zutrifft. Das hat, glaube ich, die Wissenschaft noch nicht abschließend beantwortet, oder ob wir die Chance haben, andere Riffe noch zu erhalten, wenn wir was tun. Und was in New York bei der Meeresschutzkonferenz zu hören gewesen ist, was man hier selten hört, wir haben dafür ein Zeitfenster von maximal, maximal zehn Jahren. In New York ist er von fünf Jahren gesprochen worden. Und das sind normalerweise Zeiträume, in denen Regierungen, die nicht bereit sind, unpopuläre Maßnahmen zu treffen, nicht handeln. Entweder man hat das Rückgrat, zu sagen, Leute, das ist jetzt an einem Scheidepunkt. Das ist ein wirklicher Kipppunkt. Wir haben über das Artensterben heute nicht geredet. Ich könnte da jetzt noch eine Abendveranstaltung anhängen, weil in der Wissenschaft das Artensterben als die globale Grenze gilt, die bereits am weitesten überschritten ist. Ja, nur so drei Viertel unserer Vögel haben wir letztendlich verloren. Insektenmasse regional punktuell bis zu 90 Prozent. So, will das jetzt nicht weiter ausführen. Priorität durch die Landwirtschaftsbots durch Landnutzungsänderungen. Aber das meine ich, wenn ich sage, mit einem Scheidepunkt. Und deshalb hat es eine Dringlichkeit, von der ich finde, dass sie, das ist das positive Zeichen von New York, dass diese Dringlichkeit dort transparent gemacht worden ist, auf die Agenda gesetzt worden ist. Das Tolle am Meeresatlas ist, dass er der Zivilgesellschaft, aber auch Politiker, die teilweise dieses Wissen in der Tat bisher nicht haben, ein Instrument, ein Bildungsinstrument, ein Diskussionsinstrument an die Hand gibt, um diese ganzen komplexen Sachen deutlich zu machen. Ich glaube, das Wort, das Thema Versauerung haben wir heute noch gar nicht angesprochen, weil es schon noch mal ein bisschen komplizierter ist, aber eigentlich mit der Erhitzung zusammen die größte Bedrohung des Ozeans darstellt. Und deshalb, wie gesagt, schauen Sie genau hin, die Sachen sind zu ändern. Und schauen Sie auch im Detail genau hin. Was mich an New York wirklich besorgt gemacht hat, ist, dass dort beispielsweise Nautilus, das ist ein Unternehmen, das im Südpazifik Tiefseebergbau betreiben will, auf dieser UN-Konferenz ein eigenes Side-Event gehabt hat, als Firma. Und klipp und klar für Tiefseebau dort Werbung gemacht hat. Oder ich war auf einem anderen Event im Deutschen Haus, wo ich dachte, ich bin auf einer Adidas-Verkaufsveranstaltung, weil die jetzt Turnschuhe aus Plastikmüll herstellen. Coole Geschichte. Ich nenne sowas tendenziell Greenwashing, wenn es nicht mit anderen Dingen verbunden ist. Und es wird uns allen keiner helfen, genau hinzuschauen, sich eine eigene Meinung zu bilden und die dann gegebenenfalls auch demokratisch zu verteidigen. Danke schön. Ich würde dann, ganz kurz, Martin, gibt es noch eine drängende Frage? Sonst würde ich Martin Fisbeck fast das Schlusswort geben. Ah, super. Okay. Ja, dann, ich habe vorher schon gebeten, wir wollen eigentlich gegen neun hier eine Punktlandung machen. Dann fangen wir mal ganz da rechts außen an. Und bitte, von der Zeit her bemühen wir uns, kurz zu sein und eine kurze Frage zu stellen. Hallo, mein Name ist Mario, ich bin Schüler von der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule und ich würde gerne wissen, Sie hatten vorhin erwähnt, dass die Klärwerke das Mikroplastik nicht rausfiltern. Und da wollte ich wissen, ob das einfach nicht möglich ist, das rauszufiltern oder ob es einfach nicht gemacht wird, aus irgendwelchen Gründen. Hallo, Isabel Burian, mein Name. Ich wollte aber fragen, ob wir zu dem Thema Governance noch mal was sagen können, weil die Meere zu steuern ist eben ein kontroverses Thema und da hätte ich doch gerne auch eine Expertenmeinung. Mein Name ist Dieter Pape, in dem Meeresatlas steht der Satz, Fukushima hat messbare Auswirkungen. Deswegen meine Frage an Herrn Fissbeck, wie sind diese Auswirkungen wirklich? Wenn wir mit dem Fischfang jetzt aufhören, erholen sich die Fischbestände, aber wenn wir Fukushima jetzt abdichten, ist die Radioaktivität weiter in dem Meer. Wie ist Ihre Meinung dazu? Mein Name ist Pia. Vielleicht noch eine kleine Sache und zwar habe ich letztens von BP erfahren, dass sie zweierlei Treibstoffe herstellen für die Schifffahrt, einmal einen sauberen, einmal einen dreckigen für die Hochsee. Das war mir sehr neu und ich denke doch, dass durch die steigenden Handelswege oder halt auch die Globalisierung, dass doch irgendwie eine Information ist oder auch politischer Maßnahmen bedarf und wenn Schiffe schon mit zwei Tanks fahren, finde ich das doch recht komisch. Dankeschön. Mein Name ist Uta Schuchmann, ich bin Politikwissenschaftlerin und arbeite zur Meeresgovernance und habe das auf lokaler Ebene untersucht, war jetzt auch in New York und diese unsägliche Veranstaltung mit Nautilus habe ich auch gesehen und eine Anmerkung, eine Frage. Sie haben gesagt, es müsse mehr Governance, also integriert werden und sektoral zusammengeführt werden. Wir haben aber auch gehört und das glaube ich ist ein ganz wichtiges Problem, dass Sektoren gar nicht tätig werden und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch woanders. und es gibt ganz, ganz viele Instrumente und darauf muss man auch gerade angesichts der Dringlichkeit hinweisen, es gibt ganz viele Instrumente, die sind da, das Wissen ist da, wie es funktionieren kann, es muss implementiert werden. Und die Gefahr bei der Rede, wir müssen Sektoren zusammenführen, so wichtig dieses auch ist, ist aber wieder, wenn wir jetzt eine übergeordnete Behörde schaffen, neuen Verwaltungsapparat, dann absorbiert das wieder Kapazitäten, die woanders vielleicht dringender gebraucht werden und wie gesagt, Implementierung ist angesagt, es gibt viele, zum Beispiel Port State Measure Agreement, wäre ein Ding, was einfach mal ratifiziert werden müsste von mehr Staaten und dann hätte man schon IOU-Phishing irgendwie besser im Griff, jetzt gibt es die WTO-Konferenz im Dezember, da könnte man sehr viel zu den Subsidies machen, die EU ist da aktiv, Deutschland, soweit ich weiß, noch nicht wirklich, also da ist viel irgendwo, was man machen könnte und was nicht genutzt wird und da könnte man schnell, also auf vielen Feldern, Sie haben das gesagt, Plastik und so weiter, da gibt es viel Konzepte, das muss nur angewendet werden. So, das ist das eine. Das andere, und das ist meine Frage, das ist ganz wichtig, weil das wirklich in New York, aber auch hier in Ihrem wunderbaren Atlas zu kurz kommt, das sind die Rechte der lokalen Gemeinschaften, das sind die Rechte der Frauen, der Jugend, der Indigenenvölker, da war der Nachhaltigkeitsdiskurs vor Jahren schon mal sehr viel weiter und in dem Call for Action in New York auf der Konferenz und auch leider in Ihrem sonst sehr schönen Atlas ist davon nicht die Rede, also dieser Menschenrechtszugang, Recht auf Nahrungssicherheit, Recht auf Mitbestimmung, also es wird zwar von Stakeholder gesprochen, aber nicht, dass Sie ein Recht haben und diese lokalen Gemeinschaften als Partner für den Ausweg aus der Krise, das ist weder in New York noch sonst wo in diesem Diskurs da, stattdessen wird der Diskurs eben von anderen jetzt okkupiert und diese Sache von Blue Economy, gut, ja, ich sehe schon, aber leider, wie gesagt, sind diese Diskurse sehr minder repräsentiert und ich würde mir wünschen, dass das... Also im Atlas definitiv, das war auch eine Herausforderung, um die sozialen, auch die geschlechterdifferenzierten Analysen bemüht, es gibt gerade auch im Fischereibereich, haben wir dazu auch die Fakten und Daten geliefert, also es ist nicht ganz so geschlechterblind und sozialblind, im Gegenteil, wir haben eigentlich schon auch versucht, die Arbeitsverhältnisse, die Arbeitsbedingungen in der Aquakultur, in der Fischerei, wer ist betroffen, auch von den Veränderungen zu adressieren. Ich mache das jetzt so, dass ich allen Gästen auf dem Podium nochmal die Gelegenheit gebe, sich die ein oder andere Frage auszupicken und gerne auch ihr persönliches Schlusswort für diese Veranstaltung. Was wünschen Sie sich, Frau Vesper, wie es weitergeht, was ist so die dringlichste Thematik, die auf die politische Agenda gehört? Oh je, die Qual der Wahl. Also ich fange mal an mit den Schifffahrtssachen. Das eine ist mit dem Treibstoff. Das ist eine schwierige Sache, weil es am Ende immer um Geld geht. Der saubere Treibstoff ist sehr teuer und der dreckige Treibstoff ist sehr billig und den benutzt auch sonst keiner, außer die Schifffahrt. Und das ist ein Problem, was seit Jahren diskutiert wird und immerhin ist man jetzt mal so weit, dass es verschiedene Gebiete gibt, wo man den nicht mehr benutzen darf, weil es ungesund für die Menschen ist, die dort leben. Aber bis das Ganze abgeschafft wird, das wird ein sehr langer Weg sein, weil dann ist nämlich die Schifffahrt gar nicht mehr so richtig wirtschaftlich. Also dann ist das nicht mehr so ein günstiges Transportmittel und dann werden wir auf viele Dinge verzichten müssen oder die werden sehr teuer für uns werden. Das ist der Grund, der dahinter steht. Dann hatten Sie gesagt, auf Spiekeroog mit den ganzen Sachen, die angeschwemmt werden, haben Sie ein großes Problem angesprochen. Es gibt gute Gesetze, die Schiffe dürfen das nicht. Die dürfen weder, darf Plastikmüll über Bord geworfen werden, noch dürfen die ihre Tanks spülen. Aber das Meer ist groß und weit und Überwachung ist immer ein Problem. Das ist auch in der Fischerei das große Problem. Es gibt gute Gesetze, die Frage ist, wie sie angewendet werden und dann ist noch die bessere Frage, wie wird es überwacht und wie harsch sind die Strafen. Und daran, das ist die Gretchenfrage immer am Ende. Und wenn Sie irgendwas beobachten, dann kann ich Sie immer nur motivieren zu sagen, melden Sie das jedes Mal, melden Sie es der Polizei, die muss der Sache nachgehen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Ich finde auch, dass die sozialen Aspekte viel zu kurz gekommen sind, weil gerade in der Fischerei oder aus Ernährungssicht, das ist einer der Sachen, die wir auch sagen, wenn wir das Ozeanproblem, das Meeresproblem nicht lösen, dann werden wir für künftige Generationen ganz große Probleme generieren und vor allen Dingen für die, die davon abhängig sind, aus dem Meer ihre Nahrung zu beziehen. Und das sind nicht wir, auch wenn wir den Fisch so gerne essen. Ich appelliere an Sie und dann appelliere ich an die Politik. Das ist gemein, oder? In Sippenhaft genommen zu werden, ist nicht schön. Ich appelliere an Sie, halten Sie durch. Alles, was Sie hier gehört haben, wenn man dann sagt, nehmen Sie doch nicht die Plastiktüte und schmeißen doch nicht Ihre Zigarettenkippen an den Strand und die Kronkorken und dann essen Sie noch den richtigen Fisch und dann vielleicht nicht den aus Aquakultur, sondern den lieber mit dem Label und vielleicht ist das andere Label noch ein bisschen besser, halten Sie durch. Das ist ein schwieriger Weg und gerade, ich gucke gerade so die ganz Jungen an hier im Publikum, ihr werdet es am allerschwersten haben, ihr da, weil ihr noch so lange da seid und ihr die ganze Suppe auslöffeln müsst, die zwei Generationen vor euch oder drei Generationen vor euch euch eingebrockt haben. Und das ist der Weg und der ist lang und steinig und es ist kompliziert. Es gibt keine einfache Lösung, auch nicht für das Thema Plastikmüll. Glauben Sie nicht, dass man das so wieder rausholen kann aus dem Meer und alle Versuche, die dazu gestartet werden, werden schlecht enden. Das ist meine Prognose dafür. Alles, was an Land gespült wird, ja, alles, was am Korallenriff hängt, ja, alles, was die Fischer in den Netzen haben, super. Der einzige Weg ist, dafür zu sorgen, dass es nicht mehr reingeht. Und dann muss die Natur leider selbst damit zurechtkommen, mit dem, was da ist. Und dann appelliere ich an die Politik auch, halten Sie durch. Wir brauchen mehr, wir brauchen Ambitionen, wir brauchen Leute mit Visionen, die den Weg gehen, auch wenn Umweltthemen gerade nicht populär sind in der Politik. Und die, die auch wieder damit kommen, und zu sagen, ja, wir haben ein Flüchtlingsproblem, ein globales, und ein Teil dieses Flüchtlingsproblems ist, dass die Ressourcen schwinden global. Und das treibt die Menschen an zu gehen. Und deshalb müssen wir Umweltschutz betreiben. Das ist unsere größte Herausforderung für die nächsten zehn Jahre. Und wir brauchen sie, dass sie laut sind und sichtbar sind und hörbar sind und gute Entscheidungen treffen, die vielleicht auch unpopulär sind und in ihrem eigenen Wahlkreis vielleicht auch nicht so viel Anerkennung finden. Und ich weiß, dass das schwierig ist, aber so muss es leider sein. Ende der Wunschliste. Ganz, ganz herzlichen Dank, Heike, für Analyse und Mut. Den müssen wir uns ja alle selber zusprechen. Frank, auch an dich vielleicht noch das Thema Mikroplastik. Warum kann man das nicht aus dem Wasser holen? Die Kläranlage, ja. Also man kann es aus dem Wasser holen, es kostet aber Geld. Noch viel schlimmer ist, und da möchte ich das, was Heike Vesper gesagt hat, noch mal unterstreichen. Also es gibt ja jetzt viele interessante Medienartikel, in denen die Rede davon ist, dass man ja mit irgendwelchen großen Maschinen die Ozeane reinigen kann. Junge Mann, der überall in den Medien ist. Also tolle Initiative, toll, dass es Leute gibt, die sowas machen, aber wir können damit das Problem nicht lösen. Also die zwei, drei Prozent, die da auf der Meeresoberfläche herumschwimmen, wenn er davon vielleicht 0,174 Prozent abschöpfen kann und dann ist irgendwann das Businessmodell zu Ende, denn wenn wir irgendwann hoffentlich kein Plastik mehr in die Ozeane mehr werfen, dann ist diese Maschine auch überflüssig. Über 90 Prozent des Plastiks, egal ob Makro- oder Mikroplastik, landen im Sediment und es wird keinen Staubsauger dieser Welt geben, der diese Meere wieder reinigen kann. Das dazu und also wie gesagt, in der Kläranlage, man könnte das reinigen. Ich bin gerade dabei, zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium ein Konsortium aufzubauen mit Unternehmen, die das dann tun werden. Und auf der anderen Seite, ein viel, viel größeres Problem sind die Klärschlämme. Ich will das jetzt nicht weiter ausdehnen, aber das, was dann in der Kläranlage eventuell in einem Filter hängen bleibt, ist nur ein ganz, ganz geringer Teil. Das heißt, der ganz große Teil kommt in die Klärschlamme und über die Klärschlämme dann wieder auf unsere Ecke und damit wären wir beim Bodenatlas, aber ich will jetzt nicht das Thema verlassen. Ich möchte gerne zum Meeresatlas noch eine kleine Bemerkung machen oder vielleicht eine nicht ganz unwichtige. Wenn man rechts unten guckt, gibt es einen Medienpartner, das ist Le Monde Diplomatique. Ich möchte darauf hinweisen, dass es kein Medienpartner aus Deutschland ist, sondern aus Frankreich, der den Arsch in der Hose hat, solche Publikationen mit herauszugeben und ich möchte, weil ich es in den vergangenen Tagen einmal ausgerechnet habe, Ihnen erzählen, dass wenn man die Lizenzgelder nimmt, die beispielsweise an den Fußball gehen, ich habe nichts gegen Fußball, um Himmels Willen, die also die ARD, die Rundfunkbeitragszahler für Fußball bezahlen, wenn man die verwenden würde, um ordentliche Bildung zu machen, nämlich das, was der Auftrag unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems wäre, dann könnte man mit diesem Geld mindestens fünf tolle Dokumentationen pro Sendetag produzieren und senden. Und diesen Appell möchte ich noch einmal ganz deutlich loswerden. Und es gibt keine Transparenz in diesem System. Es wird nach gut Herren Art dann einfach entschieden, was gesendet und was nicht gesendet wird in der aktuellen Diskussion. Und ich möchte appellieren, dass wir hier unsere Transparenz verstärken müssen und dass wir insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen darauf hinweisen müssen, dass sie einen Bildungsauftrag haben, dass unsere Meere dort stattzufinden haben. Vielen Dank. Der Versuch einer Antwort auf die Frage von Ihnen zu den Entwicklungszielen. Wir haben diese Kritik ebenfalls für die SDG-Konferenz in New York formuliert und hatten am Freitagmorgen ein Meeting mit dem Umweltministerium, mit den Vertretern, die dort gewesen sind und haben das erstens verbunden mit der Forderung, es muss eine Nachfolgekonferenz zu New York geben. Das ist unklar, ob die stattfinden wird. Und dort müssen die Entwicklungsziele und die Rechte, die sie formuliert haben, ein stärkeres Gewicht finden. Das haben auch die in New York anwesenden NGO-Vertreter dort eingefordert. Und ich glaube, dass das erkannt ist und aufgenommen wird und dass es im Meeresatlas nicht weiter vorkommt, hat Barbara Unmüßig erläutert, der Böll-Stiftung zu wenig Genderpolitik vorzuwerfen, wäre, glaube ich, völlig falsch. Das wäre an der falschen Adresse. Die Governance-Problematik werden wir heute, glaube ich, nicht abschließend beantworten können. Ich weiß nicht mehr, wer es gefragt hatte. Das ist ein verdammt komplexes Thema. Meine erste Antwort darauf ist, wir brauchen weniger Ressortzuständigkeit und wenn es im Moment nicht anders geht, mehr Kanzleramtsentscheidungen für Frage von so übergeordneten gesellschaftlichen Interesse wie Klimaschutz und Meeresschutz. Über andere Probleme kann man sich von mir aus auch lange streiten, aber bei den beiden Themen geht es schlicht nicht mehr, weil wir nicht mehr die Zeit für Ressortpolitik haben bei beiden. Ansonsten möchte ich mich eigentlich deinem Appell einfach anschließen, Heike. Das war so mutmachend auch für mich. Vielen Dank nochmal, es ist in der Tat manchmal schwer. Das tat gut eben und ich glaube, der Applaus, den du dafür bekommen hast, zeigt auch, dass es ein Wille ist. Und deshalb will ich vielleicht noch zwei praktische Sachen loswerden. Ich habe im letzten Sommer eine Müllsammeltour gemacht auf der Elbe und auf der Saale mit meinem Paddelboot mit einem Fotokünstler von der Mosel zusammen, Clean River Project, findet man auf Twitter und Co., der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass man massenhaft an deutschen Flussufern, an den deutschen Meeresküsten diese Q-Tips findet. Eine genauso sinnlose Sache wie Mikroplastik, wenn man die Dinge aus Pappe herstellen kann. Kaufen Sie die Bitte in Zukunft nur noch aus Pappe, schmeißen Sie trotzdem nicht ins Kloß, gehört da einfach nicht hin und werben Sie mindestens fünf Verwandte im Verlauf des Jahres, es Ihnen nachzutun. Das sind symbolische Handlungen, die was bringen können. Am 16. September ist der International Clean Up Ocean Day. Wenn Sie in einer Interessensgruppe irgendwo unterwegs sind, machen Sie einen Müllsammelaktionstag. An diesem Tag auch um die internationale Zivilgesellschaft beim Kampf gegen Müll. Da hängt ja viel mehr dran, haben wir, glaube ich, heute alle gelernt zu stärken. Das sind sichtbare Aktionen im Kleinen, wie die SDG-Konferenz in New York im Großen. Und immer schön den Meeresatlas da. Ja, ich bin ja derjenige hier, der beruflich einen Bildungsauftrag hat und ich würde sagen, informieren Sie sich. Wir haben einen Anfang gemacht mit dem Meeresatlas. Toll, dass Sie alle heute hier sind. Wenn Sie jetzt noch zehn Atlanten mitnehmen und in Ihrem Freundeskreis verteilen, glaube ich, würden Sie sich ein gutes Gewissen verschaffen und Ihren Freunden vielleicht ein Stück interessanter Informationen liefern. Wir würden uns sehr freuen. Wir haben beliebige Mengen zur Verfügung, auch umsonst, weil wir das einfach uns ein Anliegen ist, diese Informationen, die sonst nicht so leicht zugänglich sind, eben allen Interessierten zugänglich zu machen. Wir haben durchaus mehr. Sollten Sie mehr Interesse haben, über das Meer zu lernen und das auch tun wollen mit der globalen Gesellschaft, dann registrieren Sie sich für den Ocean MOOC, ein Massive Open Online Course. OceanMOOC.org geht morgen los. Letztes Jahr hatten wir 4.000 Teilnehmer aus aller Welt. Heute Morgen hatten wir schon 800 aus 70 Ländern. Da können Sie diskutieren mit Kollegen aus Brasilien, aus Südafrika, von den kleinen Inselstaaten über diese und ähnliche Themen und nicht nur sich informieren, wie es geht, sondern auch gemeinsam an Lösungen arbeiten, zum Beispiel in der Governance für mehr Durchsetzung einsetzen. Warum ist das so? Warum ist es so schwierig? Sich Mut machen mit dem 2-Grad-Ziel. Das ist natürlich eine Mischung aus politischem und wissenschaftlichem Ziel. Und ich bin ganz bei Heike Vespers. Man kann das kriegen, wenn man das will. Man muss es aber wollen. Und die gute Nachricht ist, die Industrie ist zunehmend auf Ihrer Seite. Halten bleiben Sie dran. Lassen Sie nicht nach. Dann kann man was bewegen. Und das Meer braucht halt viele Freunde. Wir brauchen Sie alle und Ihre Freunde dazu. Und ich finde, das war ein toller Abend. Ja, nochmal Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. Sie waren auch ein tolles Publikum. Ich kann das nur wiederholen. Zehn Atlanten pro Person und verteilen Sie. Das hat Spaß gemacht. Ich möchte mich an dieser Stelle nicht nur bei Ihnen noch mal herzlich bedanken, sondern bei allen, die Sie für das Gelingen dieses Abends engagiert haben. Dahinter stecken ja auch erhebliche Menschen. Das sind meine persönliche Referentin, Lara Wuttke, die ganz viel mit Ihnen auch in der Vorbereitung war. Und natürlich unser tolles Tagungsbüro. Und der Mann vom Ton. Danke euch auch. Und wir wünschen Ihnen jetzt wirklich eine schöne, na, Sommernacht wird es nicht, aber einen schönen Abend und auf jeden Fall weiter Interesse an diesem Thema. Unsere Website ist voll davon. Bei allen hier finden Sie unendlich viel Material, weil Information ist die Voraussetzung, um zum Handeln zu kommen. Herzlichen Dank und tschüss. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020